Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, Unterrichtung durch die Landesregierung. Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 29. September 2014 mitgeteilt, dass die Landesregierung beabsichtigt, zu dem Thema Übergriffe auf Asylbewerber durch Sicherheitspersonal in Unterbringungseinrichtungen des Landes zu unterrichten. In Verbindung damit möchte ich Ihnen gerne noch einmal mitteilen, dass die Fraktion der Piraten mit Schreiben vom 29. September 2014 gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt hat. Das Thema lautet Vernachlässigung und Misshandlung von Flüchtlingen in den Landesaufnahmen beenden. Die Landesregierung muss sich ihrer Verantwortung für Schutzsuchende in Nordrhein-Westfalen stellen. In Verbindung damit teile ich Ihnen auch noch einmal mit, dass die Fraktion der CDU ebenfalls mit Schreiben vom 29. September 2014 ebenfalls gemäß § 95 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt hat. Die CDU nennt das Thema Landesregierung versagt bei Aufsicht und lässt Kommunen alleine. Misshandlung Asylsuchender in nordrhein-westfälischen Flüchtlingsunterkünften muss dringend aufgeklärt werden. In Verbindung mit diesen beiden Beantragungen und der Unterrichtung gibt es auch einen Eilantrag der Fraktion der Piraten. Der trägt die Drucksache Nummer 6911. Und mit Schreiben ebenfalls vom 29. September diesen Jahres hat die Fraktion der Piraten diesen Eilantrag fristgemäß eingebracht. Deshalb befindet er sich auch in Verbindung mit den vorgenannten Punkten auf der Tagesordnung unter Tagesordnungspunkt 1. und der Eilantrag trägt den Titel Transparenz schaffen. Die Landesregierung darf sich nicht hinter den Aussagen von privaten Betreibern von Flüchtlingsunterbringungen verstecken. Soweit der Gesamtzusammenhang der einzelnen beantragten Punkte, die wir unter dem Tagesordnungspunkt 1 miteinander hören, debattieren und am Schluss dann auch entscheiden. Die Unterrichtung erfolgt durch Herrn Minister Jäger. Ich erteile Herrn Minister Jäger gerne das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wenn Grundrechte, wenn die Würde von Menschen verletzt wird, kann es nur eine Antwort des Rechtsstaates geben. Eine lückenlose Aufklärung zum einen und aktives Handeln zum anderen. Und das muss schnell geschehen, aber zugleich auch sorgfältig geschehen. Danach richten wir uns aus. Und so haben wir auch in den letzten Tagen agiert. Eines möchte ich für die Landesregion betonen. Wir stehen für eine Willkommensgesellschaft. Und das umfasst ganz ausdrücklich auch diejenigen, die bei uns Schutz in Nordrhein-Westfalen suchen. Nordrhein-Westfalen ist ein Land, das diese Menschen willkommen heißt. Und wir lassen es nicht zu, dass diesen Menschen Unrecht geschieht. Diesen hohen Anspruch sind wir nicht gerecht geworden. Wir haben den Fokus darauf gelegt, dass die Mannmenschen ein Dach über dem Kopf haben, dass sie nicht auf der Straße stehen oder unter Brücken übernachten müssen. Und dabei haben wir die Einhaltung von Standards aus den Augen verloren. Das war im Rückblick ein Fehler. Dieses Versäumnis darf sich nicht wiederholen. Die Ministerpräsidentin hat es deutlich gesagt. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Die schrecklichen Vorfälle in Burbach sind in der Tat beschädigt. Hier geht es um Menschen, die zu uns kommen, weil sie Schutz suchen. Diesen Schutz müssen wir gewährleisten. Herr Laschet, Sie haben in den letzten Tagen diese Landesregierung, Sie haben versucht, mich zu kritisieren. Ich möchte eindeutig sagen, ich finde es sehr gut, Herr Laschet, dass Sie gestern nach Burbach gefahren sind und sich selbst ein Bild vor Ort gemacht haben. Weil ich vermute mal, Ihnen geht es genauso wie mir, wenn man diese Flüchtlingseinrichtungen besucht. Das erdet einen. Man kommt anders wieder raus, als man reingegangen ist. Man empfindet sehr viel größere Dankbarkeit für Selbstverständlichkeiten. Abends ein Dach über dem Kopf zu haben, sicher zu leben und das im Kreise der Familie. Das sind Dinge, die diese Menschen nicht haben. Sie kommen hierher, sie verlassen ihre Heimat nicht ohne Grund, sondern in der Regel, weil sie vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Und sie kommen mit Hoffnung nach Deutschland. Es geht darum, diese Menschen zu schützen, ihre menschenwürdige Betreuung zu sichern. Das sind die Herausforderungen, von denen wir stehen. Wir nehmen dieses Jahr 40.000 bei uns auf. 40.000, das ist in etwa die Einwohnerzahl von Karst oder Aarhaus. Es ist eine große Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Übrigens nicht nur in Nordrhein-Westfalen, in allen Bundesländern, aber auch in den Städten und Gemeinden. Die lassen wir nicht allein. Herr Laschet, auch wenn man in diesem Zusammenhang, wie ich finde, kaum über Kosten reden sollte, ich finde es nicht gut, dass Sie, das habe ich zumindest so in den Medien nachgelesen, darstellen, wir würden die Gemeinden an der Stelle alleine lassen, nur 20 Prozent ihrer Kosten erstatten. Das trifft nicht zu, Herr Laschet. Wir zahlen in Nordrhein-Westfalen, anders als in anderen Bundesländern, in einigen anderen Bundesländern eine Pauschale. Es gibt keine prozentuale Abdeckung. Aber nach der Abfrage in den Kommunen kann ich Ihnen sagen, dass beispielsweise die Gemeinde von Herrn Kuper Gütersloh eine Kostenabdeckung von 130 Prozent bekommen hat. Also pauschale Zahlen helfen nicht weiter, Herr Laschet. Es darf keine Frage des Geldes sein, ob wir in Nordrhein-Westfalen Humanität gewährleisten. Und die Finanzmittel, die wir dazu benötigen, stellt auch der Finanzminister zur Verfügung. Meine Damen und Herren, mich haben die Vorfälle in Burbach, wie Sie wahrscheinlich auch, zutiefst schockiert. Wenn man daran denkt, empfindet man Empörung, man empfindet Fassungslosigkeit, aber vor allem empfindet man auch Wut. Wichtig ist aber, sich von solchen Gefühlen in seinem Handeln nicht lähmen zu lassen, sondern aktiv nach vorne zu gehen, dass wir ihre Gefühle kanalisieren und unsere ganze Kraft dazu nutzen, die Dinge gemeinsam zum Besseren zu wenden. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich menschenverachtende, beschämende Demütigungen nicht wiederholen. Damit haben wir unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe begonnen. Und dieser Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir haben bereits am letzten Freitag schnelle, wirkungsvolle Maßnahmen getroffen und weitere in den letzten Tagen auch noch folgen lassen. Darauf will ich im Laufe der Unterrichtung gerne noch einmal zurückkommen. Bevor ich das aber tue, will ich Ihnen und den Besuchern und Besuchern auf der Tribüne noch einmal kurz den Hergang der Ereignisse schildern. Am Freitag, den 26. September, hat ein freier Journalist der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eine CD mit Bild- und Videoaufnahmen übergeben. Diese zeigen die mittlerweile bekannten Übergriffe und den entwürdigenden Umgang des privaten Sicherheitspersonals gegenüber den Bewohnern der Flüchtlingseinunterkunft in Burbach. Sofort nach Bekanntwerden der Vorfälle hat die Polizei die zügige und umfassende Aufklärung der Vorfälle aufgenommen. Nach Sichtung des Bild- und Videomaterials durch die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und das Polizeipräsidium in Hagen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Es wurde eine Ermittlungskommission eingesetzt. Bei dem in Verdacht stehenden Sicherheitspersonal wurden noch am Freitagabend Durchsuchungen durchgeführt. Hierbei wurden bei drei der sechs anwesenden Sicherheitsbediensteten verbotene Gegenstände, unter anderem ein Schlagring und zwei Teleskopschlagstöcke, aufgefunden. Daraufhin wurden diese drei Sicherheitsbediensteten unverzüglich aus der Notunterkunft verwiesen. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeiten sind eingeleitet. Auf einem Mobiltelefon eines Sicherheitsdienstmitarbeiters wurde eine Fotografie gesichert, die einen gefesselten Bewohner in Bauchlage zeigt. Dieses Foto dürfte Ihnen mittlerweile allen bekannt sein. Die Einrichtung Burbach wurde in der Nacht zu Samstag um 0.49 Uhr sowohl von den verbliebenen Sicherheitsmitarbeitern als auch rein vorsorglich zusätzlich von Polizeibeamten beaufsichtigt und anschließend an eine neue Sicherheitsfirma und neuen Sicherheitsmitarbeitern übergeben. Am Sonntagmorgen führte die Ermittlungskommission die Ermittlungen mit insgesamt 24 Beamtinnen und Beamten unter Beteiligung von Dolmetschern fort. Es wurden vorrangig die 96 Bewohner der Unterkunft befragt, die im Rahmen der normalen Verlegung am Montag in andere Unterkünfte kommen sollten. Zugleich wurden die beiden auf dem Foto abgelichteten Tatverdächtigen ermittelt, ihre Wohnungen durchsucht und der Personen vorläufig festgenommen. Zwischenzeitlich wurde auch der Ersteller des Fotos identifiziert und ebenfalls seine Wohnung durchsucht. Das abgebildete Opfer konnte ebenfalls ermittelt werden und zu den Geschehnissen befragt werden. Die weiteren Ermittlungen haben zur Identifizierung der zwei auf dem Video zu hörenden Sicherheitsbediensteten geführt. Auch bei diesen wurden umfangreiche strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. Das Opfer der Tat ist bedauerlicherweise immer noch unbekannt. Meine Damen und Herren, für uns als Landesregierung steht die Aufklärung dieser und womöglich weiterer Vorgänge an oberster Stelle. Wir haben uns deshalb am Sonntag bewusst dazu entschieden, diese Vorgänge machen wir öffentlich und zwar schnellstmöglich im Rahmen der dann stattgefundenen Pressekonferenz. Wir treiben die Aufklärung so transparent und so offen wie möglich voran, weil wir dieses Thema nicht totschweigen, weil wir es nicht unter den Tisch kehren. Deshalb werden wir flächendeckend jedem Verdacht nachgehen, jedem Vorwurf ernst nehmen und alle gebotenen Konsequenzen daraus ziehen. Aus diesem Grund habe ich das LKA bereits am Sonntag mit der zentralen Führung der Ermittlungen beauftragt. Der Auftrag ist klar, alle Unterbringungseinrichtungen des Landes auf gleichgelagerte Sachverhältnisse zu überprüfen. Ich unterhole noch einmal, nichts, aber auch gar nichts wird unter den Teppich gekehrt. Ich war selbst am Montag bei den Bewohnern in Burbach und ich sage ganz offen, die Gespräche haben mir Mut gemacht. Diese Menschen haben das Vertrauen in unseren Rechtsstaat eben nicht aufgegeben, trotz dieser Vorgänge. Und sie sind dankbar, dass sie jetzt Gehör finden und ihre Aussagen ernst genommen werden. Mich persönlich hat das wirklich imponiert. Ich betone noch einmal, wir wollen, dass alle Vorgänge, die in irgendeiner Weise auf Straftaten in den Einrichtungen hindeuten, auf den Tisch kommen. Wir wollen die gesamte Angelegenheit lückenlos und sorgfältig aufklären und aufarbeiten. Ich habe eingangs betont, neben der lückenlosen Aufklärung brauchen wir aber auch eindeutiges Handeln. Wir haben gehandelt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat sofort, nachdem sie von den Vorfällen erfahren hat, noch am Freitagabend umfassende Sofortmaßnahmen eingeleitet. Im Vordergrund stand dabei der Schutz der Bewohner. Für diesen Schutz ist seit Freitag 24 Uhr ein neues Sicherheitsunternehmen zuständig, das klar definierte Qualitätsstandard garantiert. Das beschuldigte Sicherheitsunternehmen, ich hatte vorhin davon bereits gesprochen, wurde entlassen und wird nicht mehr für Schutzaufgaben eingesetzt. Um es an dieser Stelle deutlich zu sagen, das Land dulde es nicht, wenn Kriminelle für die Sicherheit in unseren Ländereinrichtungen sorgen sollen. Das nehmen wir nicht hin. Dem haben wir auch deutlich einen Riegel vorgeschoben. Die raschen Sofortmaßnahmen waren nur ein erster Schritt. Wir haben den Betreibern eine Zusammenarbeit mit Subunternehmen seit Freitagabend untersagt. Die Betreiber sind dazu verpflichtet, nur noch Sicherheitspersonal zu beschäftigen, das auf freiwilliger Basis einer Sicherheitsüberprüfung durch Polizei und Verfassungsschutz zustimmt. Noch am Freitag wurde der Geschäftsführer von European Homecare persönlich und unmittelbar zu einem Krisengespräch mit der Bezirksregierung Arnsberg einbestellt. Er hat diese und alle weiteren Forderungen akzeptiert und ihre Einhaltung ausdrücklich zugesichert. Alle Betreiber haben inzwischen die neuen Standards akzeptiert. Das sind neben European Homecare auch und ganz überwiegend die für uns tätigen karitativen Hilfsorganisationen Malteser, Johanniter, Kolpingwerk und das Deutsche Rote Kreuz. Um sicherzustellen, dass diese jetzt von uns initiierten Maßnahmen greifen, haben wir das Personal aufgestockt. Seit gestern sorgt eine Taskforce mit zehn Mitarbeitern und Mitarbeitern dafür, dass in allen Landesunterkünften geltenden Standards auch eingehalten werden, zusätzlich zu dem bisherigen Personal. Daneben hat das Kabinett beschlossen, der Bezirksregierung Arnsberg 23 zusätzliche Stellen zu bewilligen. Diese personellen Verstärkungen sind wichtig. Ebenso wichtig ist die Prüfung der bestehenden Strukturen. Meine Damen und Herren, Sie sehen wie ich abends Nachrichten. Sie sehen selbst, was im Nordirak, was in Syrien zurzeit geschieht. Die vermutlich größte Flüchtlingsbewegung unserer Neuzeit. Wir alle wissen, diese Herausforderung, Flüchtlinge aufzunehmen, wird künftig noch wachsen, meine Damen und Herren. Und im Lichte der Vorfälle in Burbach werden wir deshalb intensiv darüber diskutieren, ob wir unsere Maßnahmen, den Erfordernissen weiter anpassen müssen. Das ist eine logische Konsequenz für mich. Meine Damen und Herren, ich habe ausgeführt, was wir in Nordrhein-Westfalen tun. Wir klären die schrecklichen Vorfälle in Burbach auf. Wir gehen allen Hinweisen lückenlos nach. Das tun wir proaktiv, sorgfältig und schnell. Wir schaffen jetzt und in Zukunft die Voraussetzungen, um solche schrecklichen Überfälle zu verhindern. All das tun wir mit einem Konzept, das Wirkung zeigt. Kurzfristig mit umfassenden Sofortmaßnahmen, mittelfristig mit personellen Verstärkungen, mit Transparenz und Offenheit und langfristig mit der kritischen Überprüfung, was wir zukünftig noch besser machen können. Dabei schauen wir nicht nur auf uns selbst, nicht nur auf Nordrhein-Westfalen. Das reicht uns nicht, sondern wir suchen auch die Unterstützung der anderen Länder. Ich habe gestern mit dem Bundesinnenminister vereinbart, dass wir uns als Landesinnenminister und Bundesinnenminister in der übernächsten Woche treffen. Es gibt großen Bedarf, dargestellt zu bekommen, wie wir diese Sicherheitsstandards, die so in keinem anderen Bundesland gelten, hier definiert haben, weil natürlich auch in den anderen Bundesländern die Sorge groß ist und die Brisanz des Themas erkannt wird. Meine Damen und Herren, Willkommenskultur darf nicht nur Bestandteil politischer Sonntagsreden sein. Dafür müssen wir uns alle einsetzen. Dafür können wir alle einen Beitrag vor Ort leisten. Ich werbe noch einmal ausdrücklich für den Abbau von Vorurteilen an allen Orten, was Flüchtlingseinrichtungen angeht. Es ist wichtig, dass wir partei- und fraktionsübergreifend das als gemeinsame Aufgabe betrachten, Einrichtungen für Schutzsuchende zu schaffen und diese nicht politisch zu blockieren. Meine Damen und Herren, wir alle müssen dabei helfen, Ängste unserer Bürgerinnen und Bürger abzubauen. Wir brauchen dringend ihre Akzeptanz, denn wir müssen auch zukünftig absehbar mehr Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Wir müssen als Demokraten Einigkeit demonstrieren, wenn es darum geht, Gewalt in jeder Form aufs Schärfste zu verurteilen, insbesondere solche, die sich gegen Schutzbedürftige richtet. Wir müssen uns mit den Bewohnerinnen und Bewohnern solcher Einrichtungen klar solidarisieren, aber wir müssen vor allem nicht nur über sie reden, sondern mit ihnen reden. Das umfasst auch, ihre Vertreter mit ins Boot zu nehmen. Deshalb ist der runde Tisch, den die Ministerpräsidentin initiiert hat, immens wichtig. Dort werden Sie und ich gemeinsam mit den Kirchen, mit den Flüchtlingsverbänden, mit den Wohlfahrtsverbänden und mit den kommunalen Spitzenverbänden intensive Gespräche führen. Es geht nämlich um die konkrete Frage, was können wir in diesem Land noch besser tun, wie können wir gemeinsam dazu aufrufen, die Türen aufzumachen und Sicherheit zu gewährleisten. Wie gewinnen wir mehr Vertrauen? Ich habe es eben gesagt, wir brauchen das Vertrauen der Menschen vor Ort, in den Einrichtungen. Wir sind darauf angewiesen, dass diese Missstände offen angesprochen werden, dass wir Hinweise bekommen, wenn Standards nicht eingehalten werden. Das geht nur mit gegenseitigem Vertrauen. Diese Landesregierung, meine Damen und Herren, ist sich der großen Verantwortung und den Herausforderungen bewusst, die sie jetzt und in Zukunft bewältigen werden. Noch einmal, wir nehmen diese Herausforderungen an. herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat Herr Kollege Laschet, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion, das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vor einigen Tagen mit einem Kollegen über Standards gesprochen. Er sagte mir, eigentlich ist der Standard relativ leicht zu definieren. Es steht im Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und wir haben in diesen Tagen erlebt, in Burbach, dass der Staat dieser Verpflichtung nicht gerecht geworden ist. Es gab das Problemzimmer, in dem Asylbewerber bis zu acht Stunden lang eingesperrt waren. Es gibt inzwischen die schrecklichen Aussagen eines Wachmanns, der beschreibt, wie bestimmte Akteure doch tätig waren, die sich SS-Trupps nannten, die in einer WhatsApp-Gruppe genau diese Bilder untereinander getauscht haben, die wir gestern gesehen haben. Ich fürchte, es könnte da noch mehr geben. Und wir haben eine Art rechtsfreien Raum festgestellt, der das Bild von Nordrhein-Westfalen in Europa, in Deutschland nachhaltig beschädigt hat, weil natürlich solche Bilder direkt weltweit gezeigt werden als Verhalten in Deutschland. Das ist eine Schande für unser Land. Das trübt das Bild von Nordrhein-Westfalen in der Welt. Und deshalb war das richtig, Frau Ministerpräsidentin, dass Sie schon am Montag in Berlin, am Dienstag im katholischen Büro gesagt haben, dass Sie sich für dieses Unrecht schämen, dass Sie öffentlich eingeräumt haben, dass die Landesregierung die Aufsicht, dass es Versäumnisse gab bei der Aufsicht, die die Landesregierung dort unternommen hat. Und auch die Kollegin Düker hat in ihrem Interview im Deutschlandfunk gesagt, auch die Landesregierung trage die politische Verantwortung für das, was in Burbach geschehen ist. Bei Ihnen, Herr Minister Jäger, klang das heute ganz anders, als Jäger normalerweise klingt. Bei Ihrer Pressekonferenz haben Sie erst einmal gesagt, es gab keine Versäumnisse. Da kann man nichts gegen machen, wenn es da ein paar kriminelle Elemente gibt. Es war alles richtig. Es war alles gut. Und jetzt werden wir noch besser. Und wieder liegen wir an der Spitze aller deutschen Länder, so haben Sie uns gerade beschrieben, mit dem, was Sie jetzt vorhaben. Und die Frage ist ja, was würden Sie eigentlich anders machen, wenn Sie regieren? Was würde eine CDU-Regierung im Lande Nordrhein-Westfalen machen? Und das Erste wäre, so wie Sie, Herr Jäger, in Fragen der inneren Sicherheit nicht nur bei diesem einen Fall auftreten, ist das immer erst mal martialische Sprache. Zentrale Ermittlungsführung wird jetzt dem Landeskriminalamt übertragen. Ich sage es in aller Deutlichkeit, das Land kooperiert nicht mit Sicherheitsdiensten, die Kriminelle anheuern. Nein, Herr Jäger, das Problem ist, Sie haben mit Sicherheitsdiensten kooperiert, die Kriminelle eingestellt haben. Das ist das Problem. Man kann nicht jedes Problem mit großer martialischer Sprache beheben, sondern man muss vorher politische Verantwortung übernehmen, wenn man ein Ministerium führt und sich überlegen, was müsste denn da geschehen. Gestern hat der Regierungspräsident Bollermann aus Arnsberg, ein engagierter Kollege, dem das alles sehr zu Herzen geht. Wir kennen ihn noch aus der Zeit im Landtag, was er im Moment in 18, 19 Unterkünften im ganzen Land Nordrhein-Westfalen sicherstellen muss mit seiner Bezirksregierung in Arnsberg. Der hat gestern verabredet mit den Wohlfahrtsverbänden und mit European Home Care neun Maßnahmen, was in Zukunft passieren soll. Es sollen keine weiteren Subunternehmer, sondern nur unmittelbar Personal vom Auftrag nehmenden Sicherheitsdiensten beschäftigt werden. Es soll ausschließlich Personal mit Sachkundeprüfung nach § 34 Gewerbeordnung eingesetzt werden. Es soll tariflicher Mindestlohn gezahlt werden. Es soll für alle im Sicherheitsdienst Beschäftigten ein polizeiliches Führungszeugnis vorliegen. Es sollen alle im Sicherheitsdienst Beschäftigten eine Erklärung vorlegen, in der sie bescheinigen, dass keine für die Tätigkeit relevanten Vorstrafen, Körperverletzungen, Bundesbetäubungsmittelgesetz, Sexual- und Staatsschutzdelikte vorliegen. Es soll eine Zuverlässigkeitsprüfung des örtlichen Ordnungsamts vorliegen. Das sind Punkte, die man ganz am Anfang hätte machen müssen und nicht erst gestern. Das ist doch eine pure Selbstverständlichkeit, dass wir Schutzbefohlene sind, die sich nicht wehren können. Dass solche Minimalstandards, die Ministerin Bilkai Oehner in Baden-Württemberg hat gesagt, das machen wir in Baden-Württemberg schon alles, von anderen Bundesländern ganz zu schweigen. Das ist die Frage der politischen Verantwortung. Sie machen ein Tariftreue- und Vergabegesetz, wo Sie jedem Handwerker 30 Seiten ausfüllen lassen, ob irgendwelche Steine in Kinderarbeit in Indien hergestellt ist, aber Sie gucken nicht danach, was in Flüchtlingsheimen los ist. Das klafft aufeinander. Und das Zweite, was würden Sie anders machen? Was würden Sie anders machen, was würden Sie anders machen, wenn Sie regieren würden? Ich würde von meinem Innenminister erwarten, dass er zuhört, wenn Menschen Missstände vortragen. Die Süddeutsche Zeitung hat gestern darüber berichtet, dass der Burbacher Bürgermeister bereits Anfang August nach einer Bürgerversammlung, nach einer Resolution des Rates vor Ort in die Bezirksregierung, ins Innenministerium gefahren ist und seine Sorgen vorgetragen hat. Und er gesagt hat, die Bevölkerung hier bei uns hat, wenn sie diese Leute sieht, das Gefühl, dass diese Beschäftigten Sicherheitsfirmen unseriös sind. Der Bürgermeister von Hämmer hat im März sicherheitsrelevante Vorgänge mitgeteilt. Die Ordnungsdezernentin von Dortmund hat Kritik geübt. Aber was macht der Minister? Im letzten Innenausschuss war das zu hören. Er sagt, das steht einer politischen Beamtin nicht zu, so unsäglich zu reden. Er beschimpft die Frau, die das benennt, statt sich um das Problem zu kümmern. Das würde ich von ihm erwarten. Nun mag diese Frau nicht in sein politisches Schema passen. Aber dann schreibt ihm der Oberbürgermeister von Dortmund. Herr Sirau schreibt, 2013, vor einem Jahr, das Krisenmanagement des Landes erscheint unkoordiniert und erfolgt augenscheinlich nur auf Zuruf. Ich vermisse ein stringentes Krisenmanagement, bei dem alle Partner und Behörden gemeinsam und verlässlich ihre Aufgaben erfüllen. 2013. Niemand hört auf den Oberbürgermeister von Dortmund. Dann schreibt er ein Jahr später, am 20. August 2014, erneut einen Alarmbrieb an den Innenminister. Ich vermisse nach wie vor ein effizientes Krisenmanagement und stelle eine gewisse Trägheit angesichts zahlreicher Problemstellungen fest. Das ist die politische Verantwortung. Wir wollen keinen Innenminister, der in dieser schwierigen Lage Trägheit ausstrahlt, sondern der sich um die Probleme der Menschen kümmert, die vor Ort existieren. Ich könnte das jetzt noch fortsetzen, auf meinem Weg gestern nach Burbach. Sie sagen, man kommt da anders raus, als man reingegangen ist. Das stimmt. Das ist beeindruckend, wie sich da Ehrenamtler, wie sich auch die dort Beschäftigten bemühen um die Menschen. Der Regierungspräsident Bollermann hat das beschrieben, wie die Zahlen sind. Jeden Tag kommen 400, 500, 600 Flüchtlinge mehr in Nordrhein-Westfalen an. Von den Grenzen her mit Schlepperbanden, die mit Bussen direkt vor die zentrale Aufnahmestelle in Dortmund fahren, die Leute einfach ausladen. Aus HEMA wird berichtet, da ist vor die Einrichtung in HEMA 30 Behinderte mit Rollstühlen vorgefahren worden und ohne Rollstühle abgesetzt worden. Das ist der Zustand. Jeden Tag 400, 500 mehr. Und das ist gut, wenn man sich so etwas anschaut. Aber, Herr Innenminister, ich hätte mich dann auch gefreut, wenn ich Ihr Büroleiter noch auf meiner Fahrt nach Burbach angerufen hätte und gefragt hätte, ob dieser Beruf, Besuch überhaupt angekündigt wäre beim Innenministerium. In dieser Stunde, als Ihr Anruf kam, war, weil wir es bei der Bezirksregierung angemeldet hatten, der Herr Regierungspräsident bereits auf dem Weg nach Burbach. Das sind Einschüchterungsversuche, die wir uns nicht befallen lassen, Herr Innenminister. Es gibt doch in Ihrem Haus im Moment sicher etwas Wichtigeres zu tun, als einen Abgeordneten, der sich in Burbach darüber informiert, zu warnen, ob er denn das auch ordnungsgemäß sich beim Innenministerium angemahnt hat. Also, ich glaube, die Schwerpunktsetzungen sind falsch. Und ich sage als fünftes noch hinzu, das ist nicht mein Hauptpunkt, aber ich sage es trotzdem dazu. Alle vor Ort in Burbach haben beschrieben, wenn das so weitergeht mit den ständig ansteigenden Zahlen, kommen wir an die Grenze unserer Belastbarkeit. Das schildern auch die Kommunen. Wir haben in Deutschland schon mehr Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben in den 90er-Jahren 350.000 Asylbewerber pro Jahr gehabt, plus Fall der Mauer, zwei Millionen Spätaussieter gleichzeitig, plus Krieg auf dem Balkan, 91, mehrere hunderttausend Bürgerkriegsflüchtlinge. Wir sind aber derzeit, also viel dramatischer als heute, aber wir sind derzeit darauf nicht vorbereitet. Und deshalb ist es richtig, jetzt zu sagen, wie die Große Koalition gesagt hat, wir konzentrieren uns auf die wirklich verfolgten, aus dem Krieg kommenden Flüchtlinge, insbesondere aus dem Irak und Syrien. Und deshalb, und deshalb, ich sage, Sie müssen auch das ernst nehmen, Frau Kollegin, deshalb hat die Große Koalition entschieden, da, wo wir sichere Drittländer haben, brauchen wir eine Änderung. Und wenn Sie fragen, was würde ich anders machen, ich hätte an der Seite von Winfried Kretschmann im Bundesrat gestanden. Ich hätte mit Winfried Kretschmann zusammen, müssen Sie ja nicht teilen, aber ich finde, wenn wir uns darauf konzentrieren, ich, ich rede für mich, ich rede für mich, ich kenne die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Herr Bouffier, kenne ich die Lage unserer Kommunen, Frau Ministerpräsidentin, sollte sie kennen und sie hätte sich, es hätte Ihnen gut angestanden, an der Seite von Winfried Kretschmann zu stehen, in dieser Frage. Was ist nun die Folge? Viele haben gefragt, muss jetzt der Innenminister zurücktreten? Es sind Innenminister, ja, das ist eine Frage der politischen Verantwortlichkeit, wie man das bewertet. Es sind Innenminister in Deutschland, die verantworten, bitte jeder fragt das, Sie fragt das vielleicht niemand, aber jeder, wenn man spricht, fragt danach. Meine Antwort ist, es sind Innenminister in Deutschland für Vorgänge, die sie nicht zu verantworten hatten. Rudi Saitas und andere, zurückgetreten, weil sie gesagt haben, das ist jetzt erforderlich. Es hat mal ein Oppositionsabgeordneter Jäger, der meistens da vorne saß, sehr lautstark, wenn irgendwo in einer Anstalt in Nordrhein-Westfalen jemand ausgebrochen ist, in einer Art und Weise die damalige Justizministerin Müller-Piepenkötter mit großer Rhetorik zum Rücktritt aufgefordert, das könnte auch ein Maßstab sein. Das könnte auch ein Maßstab sein. Aber das ist nicht unser Stil. Jägerstil ist nicht unser Stil. Jägerstil ist nicht unser Stil. Wenn der Maßstab Jäger gilt, sei es ja nicht mehr da. Aber der Maßstab Jäger... Aber wir sagen, diese Verantwortung, Frau Ministerpräsidentin, liegt bei Ihnen. Wollen Sie mit dieser Art eines Innenministers weiterarbeiten? Wenn ja, wenn ja, dann erwarten wir aber von Ihnen, dass ab jetzt das, was hier heute verkündigt wird, umgesetzt wird. Und das treffende Wort in der Süddeutschen Zeitung vor einigen Tagen muss für Ihr künftiges Handeln gelten. Bedauern ersetzt keine politische Verantwortung. Sie sind... Applaus Sie sind nicht gewählt, mit besonderer Rhetorik aufzutreten, mit besonderem Bedauern aufzutreten, mit besonderer Betroffenheit aufzutreten, sondern Sie sind gewählt, die Verhältnisse in diesem Land zu verbessern und Sicherheit für Menschen, die aus Notlagen nach Deutschland kommen, sicherzustellen. Das ist Ihre Aufgabe und daran werden wir Sie in Zukunft messen. Applaus 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 Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Herr Kollege Laschet. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfkes. Applaus Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr froh darüber, dass der Kollege Laschet eingangs seiner Ausführungen in berechtigter Art und Weise auf unser Grundgesetz, auf den Artikel 1, hingewiesen hat. Ich glaube uns alle in diesem Haus eint, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sie zu achten und zu schützen. Unsere gemeinsame Verpflichtung ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Herr Laschet, an dieser Stelle kann ich Ihnen unwidersprochen eindeutig nur zustimmen. Das ist eine richtige Feststellung, die sollte für uns alle gelten. Und das gilt Das gilt Ja, ich werde gleich, ich werde gleich, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau auf, ich sage mal, die Reichweite der Geltung dieser Grundsätze noch mal zu sprechen kommen. Das gilt für alle Menschen, gerade auch für diejenigen, die sich auf den Schutz des Asylgrundrechts berufen. In diesem Jahr in Deutschland circa 200.000 Menschen. In Nordrhein-Westfalen werden wir mehr als 40.000 Menschen hier erwarten und willkommen heißen, die bei uns Zuflucht suchen. Und angesichts des Terrors, der Kriege und der systematischen Verfolgung von religiösen und ethnischen Minderheiten in der Welt, muss Deutschland als eines der führenden Industrieländer sich seiner Verpflichtung für diese Verfolgten bedrohten und an Leib und Seele gefolterten Menschen stellen. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte wird die Anforderung an einen humanen und wertschätzenden Umgang mit verfolgten Menschen zur moralischen Verpflichtung, die über alle Parteigrenzen hinweg zu den prägenden Elementen unseres demokratischen Gemeinwesens zählt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, an der Stelle können wir auch in diesem Haus zumindest überwiegend die Einigkeit feststellen. Denn wer verfolgt oder vertrieben wird und ihr Zuflucht sucht, muss sich auf Schutz und Sicherheit verlassen können. Und weil in unserem Land die unantastbare Würde des Menschen Anfang und Maßstab allen staatlichen Handelns und allen staatlichen gesellschaftlichen Lebens ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, sind wir betroffen. Jeder Flüchtling hat einen Anspruch auf Schutz und Sicherheit und das war bis vor ganz kurzer Zeit für uns alle selbstverständlich. Und deshalb sind die Berichte über die Misshandlungen und Demütigungen in den Flüchtlingseinrichtungen in Bobach, Essen und Bad Werleburg für uns alle unerträglich. Und Herr Kollege Laschet, ich glaube, dass es da durchaus angemessen und angezeigt ist, seiner Betroffenheit auch in der richtigen Form Ausdruck zu verleihen. Das haben Sie gemacht. Das hat die Frau Ministerpräsidentin gemacht. Ich will für mich persönlich einen Schritt weitergehen an dieser Stelle und mich ausdrücklich auch persönlich entschuldigen, obwohl es eigentlich unentschuldbar ist, dass diejenigen, die Anspruch auf Schutz unseres Staates haben, in Einrichtungen des Landes, in dem sie Zuflucht gesucht haben, misshandelt und gedemütigt werden. Wer sich die Bilder vor Augen führt, wird unwillkürlich an diese berüchtigten Fernsehbilder aus Abu Ghraib erinnert. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bilder stammen eben nicht aus dem Irak, nicht aus einem Kriegsgebiet, sondern aus unserem Land, Nordrhein-Westfalen. Und was bedeuten im Verhältnis zu den Gefühlen der misshandelten Opfer, die oft traumatisiert zu uns kommen, dann schon tatsächlich das Gefühl, was mich, was uns an dieser Stelle dann tatsächlich erreicht. Diejenigen, die Schutz gesucht haben, glaubten sich in Sicherheit und wurden abermals zu Opfern von physischer und psychischer Gewalt. Was in der Seele eines Menschen angerichtet werden kann, wage ich mir an der Stelle kaum vorzustellen. Ich will jetzt für mich deutlich klarstellen, wer in diesem Land die Würde eines Menschen verletzt, der verletzt die Würde und die Werte unserer Gesellschaft, der verletzt die Werte eines jeden Einzelnen von uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb muss der Hintergrund der Taten aufgeklärt werden, damit die Täter ihre rechtmäßige Strafe erhalten. Das ist die zwingende Folge menschenverachtender Taten, deren Unrechtsgehalt durch die Tatsache verstärkt wird, dass die Täter in ihrer Funktion für die Einhaltung des Hausrechts, also für den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner verantwortlich waren. Das ist eine Sache, die ist in keiner Weise hinnehmbar. Flüchtlinge und damit Schutzbefohlene unseres Landes als Opfer von kriminellen Sadisten in Einrichtungen des Landes, ich hätte mir das bis zum letzten Wochenende nicht vorstellen können, hätte es nicht für möglich gehalten. Und trotz der enormen Herausforderungen für alle öffentlichen Ebenen, aufgrund der hohen Anzahl der Menschen, die bei uns Schutz suchen, haben wir doch geglaubt, so etwas sei selbstverständlich nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage mich an der Stelle, waren wir zu arglos, zu unkritisch? Und ich sage für mich, für mich persönlich, ja offensichtlich. Herr Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich möchte zusammenfassen. Muss ich die Regierung, müssen wir uns alle jetzt kritische Fragen gefallen lassen? Natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Recht und die Pflicht, sich an der Stelle mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und im Innenausschuss haben wir erst in der letzten Sitzung über die dramatisch steigende Zahl von Flüchtigen diskutiert und die Probleme bei der angemessenen Unterbringung. Ich will in diesem Zusammenhang ganz deutlich machen, dass angesichts der dramatischen Zuspitzung der internationalen Entwicklungen, und ich erinnere an die unvorstellbaren Gräuel der Terrormiliz IS, kaum zuverlässige Prognosen über die zu erwartende Anzahl von Flüchtlingen für die Zukunft möglich sind. Und da greife ich einen Teil der Kritik auf. Auch die wechselnden Prognosen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, liebe Kolleginnen und Kollegen, die im Laufe des Jahres mehrfach angepasst worden sind, zeigen doch, dass wir es mit einer Entwicklung zu tun haben, die von einer absoluten Dynamik geprägt ist und in jedem Fall Land und Kommunen vor große organisatorische Herausforderungen stellen, die, lieber Kollege Laschet, im Übrigen nicht dadurch kleiner werden, dass sie öffentliche Spekulationen darüber anstellen, was womöglich hätte geschehen können, wenn es nicht zum Asylkompromiss gekommen wäre. Das, lieber Herr Laschet, ersetzt keine eindeutige Haltung in ganz anderen wichtigen Fragen, die unsere Kommunen entlasten würden. Wir wären sehr froh darüber, Sie an unserer Seite zu haben, wenn es um die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes auf Bundesebene geht. Statt Ihrer hohlen Rhetorik an der Stelle würden Sie dann nämlich zusätzlich unseren Kommunen in einer vernünftigen, nachvollziehbaren Weise helfen und das Leben auch der betroffenen Menschen bei uns einfacher machen. Aber da verweigert sich die CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese unrealistischen, irrealen Szenarien, denn der Asylkompromiss ist ja zustande gekommen, wie Sie zu Recht festgestellt haben, führen noch angesichts der Fakten zu gar nichts und lenken eigentlich nur von der Frage nach den notwendigen Konsequenzen und den Ursachen aus den Vorfällen in Burbach, Essen und Bad Berleburg ab. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der von mir eben angesprochenen Ausschusssitzung stand die dringend notwendige Suche nach geeigneten Orten und Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen im Mittelpunkt. Und auch die Situation der Kommunen. Rückblickend, gerade bezogen auf die angesprochenen Ereignisse, werfe ich mir vor, dass dabei womöglich die Betreuungssituation selbst ein wenig aus dem Blickfeld geraten ist und dass wir an der Stelle hätten, unter Umständen intensiver nachfragen müssen, Herr Kollege Herrmann, ich bin da ja bei Ihnen und ich mache mir selber gerade den Vorwurf, dass ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, das sollten vielleicht andere hier in dem Haus auch machen, denn die Diskussionslage war eine vollkommen andere, als die sich heute hier darstellt. Ich frage mich darüber hinaus, ob wir uns über die Frage, wie private Unternehmen den Betrieb in unseren Einrichtungen sicherstellen, nicht hätten informieren müssen. Dabei will ich allerdings nicht pauschal, denn das ist auch ganz wichtig, wenn man differenziert an die Sache herangeht, alle Partner in allen Einrichtungen gleichsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und statt Begriffe wie Ansturm, Welle, Flut im Zusammenhang mit notwendigen Kosten hinzunehmen, hätten wir uns der Frage stellen müssen, wie der interne Betrieb in den Einrichtungen abläuft und wem die Betreiber die Waren des Hausrechts übertragen. Was man allen Ernstes unserer Regierung nicht vorwerfen kann, ist Unentschlossenheit oder Verharmlosung in der Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Ministerpräsidentin, ich habe es angesprochen, hat die richtigen Worte gefunden. Und das ist ja auch von Herrn Laschet in fairer Art und Weise anerkannt worden. Leider haben Sie sich der Versuchung nicht widersetzt, in dieser Zusammen-, in zusammenhangloser Art und Weise hier verschiedene andere Dinge in Zusammenhang mit den Ereignissen in Beobacht und Bad Erdberg zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mal eine Ursache hier für mich benennen. Erstens ist es so, dass die personelle Situation in den Bezirksregierungen ihre Ursachen hat. Ich blende da mal einige Jahre zurück. Man kann nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann nicht in aktuellen Stunden Dinge beklagen und sich nachher in Haushaltsberatungen in genau der umgekehrten Richtung bewegen. Darüber hinaus, lieber Herr Laschet, ist Ihnen vielleicht, wenn Sie es mit Zitaten genau nehmen, aufgefallen, dass der Bürgermeister von Burbach zwischenzeitlich den Bericht aus der Süddeutschen Zeitung, der von Ihnen angesprochen worden ist, dementiert hat. Und darüber hinaus darf ich auch daran erinnern, dass die Praxis, die wir jetzt hier heute zu Recht beklagen, ja keine Erfindung dieser Landesregierung ist. Die gibt es seit einiger Zeit und wir haben das leider nicht geändert. Da bin ich ja nahe bei Ihnen. Aber das gab es auch schon zu der Zeit, als wir Schwarz und Gelb regiert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen jetzt Klarheit über die Situation, und zwar nicht nur in den uns bekannten Fällen. Wir bedanken uns für das engagierte Eintreten bei Minister Jäger in der Frage, wir wollen eine rückhaltlose Aufklärung und eine umfassende Bestandsaufnahme der Alltagssituation in den Flüchtlingsunterkünften. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben aber einen weiteren Punkt, den will ich auch noch ansprechen. Mindestens so wichtig wie die Frage nach einer angemessenen Unterbringung und Betreuung ist die Frage der Akzeptanz von Menschen in unseren Kommunen. Und ich darf Ihnen nur eins sagen, es gibt da viele Bedenken, die wir alle ernst nehmen müssen. Nur es darf, und deshalb bin ich sehr froh darüber, wenn wir das zumindest in der Debatte hier unstreitig stellen, vor Ort keine kurzfristigen, auf parteipolitischen Geländegewinn ausgerichteten Auseinandersetzungen Auseinandersetzungen über die Unterbringung von Flüchtlingen geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das schadet allen Menschen, das schadet vor allen Dingen aber denen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen. Wir müssen gemeinsam mit den Kommunen nach Lösungen suchen. Lassen Sie mich an der Stelle ein gutes Beispiel anführen. Meine Heimatstadt, die Stadt Mönchengladbach, hat sich über alle Grenzen der politischen, normalerweise üblichen Auseinandersetzungen hinweg, dazu bereitgefunden, mit dem Land gemeinsam nach der Möglichkeit zu suchen, im ehemaligen Hauptquartier der britischen Streitkräfte eine Erstaufnahmeeinrichtung einzurichten. Und zwar vor dem Hintergrund der Verantwortung auch für das gesamte Land. Ich denke, wir sollten eher diese Beispiele fördern, als vor Ort dann unseren Kommunalpolitikern durchgehen zu lassen, sich an der einen oder anderen Stelle dann zu mokieren, wo Solidarität mit Flüchtlingen besser gewesen wäre. Wir sollten tatsächlich darüber nachdenken, wie wir unseren Kommunen noch besser helfen können, die Herausforderungen zu bewältigen. Die Änderungen im Flüag waren ein erster Schritt. Darüber hinaus sind die angekündigten finanziellen Verbesserungen ein weiterer Schritt. Aber ich stehe nicht an, sie einzuladen, mit uns auch über weitere Hilfen nachzudenken, mit uns gemeinsam auf Bundesebene im Interesse der Flüchtlinge und der Kommunen tätig zu werden. Nur eins, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man nicht machen. Man kann an dieser Stelle hier nicht Dinge beklagen und auf der anderen Seite dann hingehen und die notwendigen finanziellen Konsequenzen verweigern. Im Grundgesetz steht das, was wir gemeinsam zitiert haben, in Artikel 1. Weiterhin doch sagen wir was zur Finanzverfassung. Und ich sage Ihnen an der Stelle ganz deutlich, die Menschenwürde steht auch vor der schwarzen Null und ist für mich Staatsziel. Und zu diesem Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen, und zu diesem Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns gemeinsam bekennen, und zwar Sozialdemokraten, Grüne, Christdemokraten und Liberale hier im Haus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen sagen, was peinlich ist. Peinlich ist es, sich hier hinzustellen und sich zu Recht über bestehende Verhältnisse aufzuregen und unmittelbar zuvor mit dem Vorsitzenden der AfD in tabubrechender Weise öffentliche Gespräche zu führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das dient nicht der Profilbildung, gerade im Bereich der Flüchtlingspolitik. Ich hoffe, dass wir gemeinsam aus den Vorgängen die richtigen Konsequenzen ziehen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Köftes, Kurzintervention 2. Ich habe Herrn Kollegen Köftes, liebe Kolleginnen und Kollegen, gebeten, gleich am Redepult stehen zu bleiben, weil es den Wunsch nach zwei Kurzinterventionen gegeben hat während seiner Rede. Die erste Kurzintervention wurde von Herrn Kollegen Kern angemeldet und die zweite von Herrn Kollegen Herrmann. Herr Kollege Kern, ich gebe Ihnen jetzt das Mikrofon frei. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kollege Köftes, es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ich kann Ihnen das jetzt nicht durchgehen lassen, dass Sie hier so ein Blendfeuerwerk für die Öffentlichkeit abfeuern und von den eigentlichen Problemen abzulenken versuchen. Ich meine, aus Ihrer Position kann ich es verstehen. Also zunächst einmal die Reihe von Fragen, die Sie sich jetzt gerade selber am Rednerpult hier schuldbewusst gestellt haben, die hätten Sie jetzt nicht stellen brauchen, denn die haben wir Ihnen schon vor Wochen gestellt. Und die Antworten sind leider ausgeblieben. Und dann noch einmal möchte ich auch dem Versuch entgegentreten, dass Sie jetzt versuchen, hier so ein Bild zu malen von den Anführungszeichen bedauerlichen Einzelfällen, was das Fehlverhalten und das Versagen der privaten Sicherheitsdienste angeht. Ich möchte lieber nicht über die Symptome, sondern über die Ursachen sprechen. Da möchte ich an Sie einfach eine Frage richten. Meinen Sie nicht auch, wer Humanität auf private Unternehmen outsourced, der darf sich nicht wundern, wenn dann mit Unmenschlichkeit Gewinn gemacht wird? Lieber Herr Kollege Kern, ich bin auf die Frage der Ausgliederung von Aufgaben eingegangen. Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt aus Anlass dieser schrecklichen Ereignisse die Gelegenheit wahrgenommen wird, die Strukturen insgesamt zu überprüfen. Ich will aber nicht in jedem Einzelfall hingehen und das Private kontrahieren mit Partnern, die ja durchaus auch Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Organisationen sein können, insgesamt infrage stellen. In einer Frage gebe ich Ihnen recht, das hat der Herr Minister Jäger allerdings auch aus meiner Sicht schon sehr überzeugend dargelegt. Es kann nicht sein, dass Menschen Hausrecht wahrnehmen, die dazu in keiner Weise qualifiziert sind, die nicht in einem unmittelbaren Beschäftigungsverhältnis stehen und die darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, womöglich sogar straffällig geworden sind. Dazu müssen wir die notwendigen Vorkehrungen treffen. Ob es im Einzelfall Anlass gibt, sich auch von privaten Anbietern insgesamt zu distanzieren, müssen wir dann im Einzelfall untersuchen. Angesichts der dramatischen Zahl von Menschen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen, würde ich generelle Aussagen an der Stelle für ausgesprochen schwierig halten. Vielen Dank. Jetzt schalte ich das Mikrofon für Herrn Kollegen Hermann frei. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Köfke, Sie hatten die Sitzung des Innenausschusses schon erwähnt. Wir haben vor der Sommerpause einen Bericht des Ministeriums über den Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber und die aktuelle Situation in den Einrichtungen beantragt. Das wurde dann nach der Sommerpause in der September-Sitzung beantwortet. Teil der Antwort war, dass es Gespräche gibt mit Flüchtlingsorganisationen, Betreibern und so weiter, wo im Zusammenhang mit der Unterbringung Fragen erörtert werden und für diese Gespräche Vertraulichkeit vereinbart wurde. Es könnte auch das Gespräch zum Beispiel vom August mit dem Bürgermeister, der Beobachter, zugehört haben. Wir haben gefragt, ob wir diese Berichte, ob wir Kenntnis darüber erlangen können, was der Inhalt ist. Würden Sie uns zukünftig unterstützen, wenn wir noch einmal die Frage nach den Berichten stellen und wissen möchten, was da drin steht, dass die Vertraulichkeit aufgehoben wird? Ich denke, man muss da sehr stark differenzieren, Herr Kollege Herrmann. Auf der einen Seite ist es richtig, dass jetzt Dinge im Zusammenhang mit diesen schrecklichen Ereignissen aufgearbeitet werden und da gehören sicherlich auch Einzelvorgänge zu. Auf der anderen Seite ist es an der Stelle, denken wir, ganz wichtig, zwischen den vielen, die ihre Arbeit da ordentlich und vernünftig für die Menschen erledigen und den wenigen, die in schändlicher Art und Weise sich benehmen, zu differenzieren. Und wenn es da eine Vertrauensbasis zwischen dem Ministerium und den Organisationen und Strukturen gibt, denke ich, sollte man von Fall zu Fall das Ministerium an der Stelle ansprechen und keine generellen Antworten dagegen. Ich glaube, es ist ganz schwierig bei der Frage, wenn man sich daran versucht, absolute richtige Antworten sozusagen kurzfristig zu entwickeln, weil das kann, und das ist eine der Konsequenzen, die ich für mich persönlich ziehe, eigentlich bezogen auf solche komplexen Sachverhalte nicht gut gehen. Ich denke, wir müssen insgesamt besser hinschauen. Da haben Sie uns an Ihrer Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus einen geschützten, vertrauensvollen Bereich zwischen privatrechtlich tätigen Anbietern und dem, was die Regierung macht. Und das fällt dann auch unter diesem geschützten Bereich des Regierungshandels. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Für die FDP-Fraktion hat Herr Dr. Stachmann das Wort. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Übergriffe auf Asylbewerber hier in Nordrhein-Westfalen, sie sind ekelhaft, sie sind, wie die Ministerpräsidentin dankenswerterweise deutlich gemacht hat, beschämend. Und sie sind menschenrechtsverletzend. Es geht zuallererst um Menschen, deren Würde nach unserem Grundgesetz unantastbar ist. Menschen in einer Fluchtsituation, und zwar ganz egal, woher sie kommen und welche Fluchtgründe sie haben. Menschenrechtsverletzungen, Herr Körfkes, in Zusammenhang hier mit der schwarzen Null zu verbinden, das ist allerdings nur noch schädig. Meine Damen und Herren, bei den Übergriffen stellt sich neben der strafrechtlichen Verantwortung auch die Frage der politischen Verantwortung. Sie, Herr Minister Jäger, Sie bedauern, aber echte Verantwortung weisen Sie von sich. Zitat, gegen diese kriminelle Energie hilft auch die beste Kontrolle nicht. Da muss ich doch mal fragen, welche Kontrolle denn? Wie war es denn mit der Bezirksregierung Arnsberg in den letzten Monaten unter Ihrer Verantwortung? Die sind doch die ganze Zeit schon völlig überfordert. Und Sie haben ja auch selbst eingeräumt in Ihrer Pressekonferenz, dass zum Zeitpunkt von Übergriffen ein Mitarbeiter der Bezirksregierung auf dem Gelände anwesend war. Und meine Damen und Herren, dass sich der Regierungspräsident Bollermann heute in der Rheinischen Post hinstellt und sagt, sie seien als Regierungspräsidium überhaupt nicht überfordert gewesen, das ist angesichts der Bilder aus Burbach wirklich erschütternd. Und es ist doch ein schlechter Witz, dass ein Bundesland bei jedem öffentlichen Auftrag von jedem Unternehmen verlangen kann, die Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern bis ins letzte Subunternehmen im Ausland zu garantieren und es gleichzeitig nicht schafft, in seinen eigenen Landeseinrichtungen für Flüchtlinge keine vorbestraften oder rechtsradikalen Sicherheitsleute zu beschäftigen. Das ist indiskutabel. Und gerade vor dem Hintergrund, dass der Bürgermeister von Burbach, Staatssekretär Nebel, über Missstände und Überbelegungen bereits Anfang August informiert hat, ich sage bewusst Missstände und Überbelegungen, ich habe das auch gelesen, aber über diese Überbelegungen ist eben bereits seit Anfang August bekannt, ist das es bekannt gewesen. Und sie sind eben nicht da gewesen und sind nicht vor Ort gewesen und haben sich nicht darum gekümmert worden. Das Ministerium ist gewarnt worden, dass es Probleme in Burbach gibt. Es ist nicht adäquat reagiert worden. Dafür tragen Sie die politische Verantwortung, Herr Minister. Als Konsequenz sollen jetzt Sicherheitsfirmen vom Verfassungsschutz überprüft werden und eine Taskforce ausgerechnet unter Leitung der Bezirksregierung Arnsberg gebildet werden. Vielleicht wäre es an der Stelle sinnvoller, es kümmerte sich zunächst mal jemand um diese Bezirksregierung. Verfassungsschutz, Taskforce, das klingt mal wieder sehr schnittig. Es sind aber, meine Damen und Herren, es sind nur Blendgranaten. Denn das eigentliche Problem, für das Sie die Verantwortung tragen, das liegt viel tiefer. Das Land Nordrhein-Westfalen wird seinen humanitären Verpflichtungen insgesamt nicht mehr gerecht. Vor genau acht Tagen habe ich die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Dortmund-Hachenay besucht. Das war wenige Tage vor Bekanntwerden der Übergriffe. Gemeinsam mit Dortmunder Ratsmitgliedern wollte ich mir ein eigenes Bild machen, nachdem wir mitbekommen hatten, ihre Auseinandersetzung mit der Kommune über die Frage der Überbelegung. Mir ging es dabei um ein Hintergrundgespräch ohne Medienbegleitung. Und so habe ich auch ein ungeschminktes Bild bekommen. Keine geputzten Toiletten und für den Katastrophentouristen hergerichtete Zimmer, sondern ein nach Urin stinkender Innenhof in einer völlig überfüllten Einrichtung. Die Mitarbeiter, Kommunale, die private und ehrenamtliche Helfer, sie alle haben versucht, dort eine erträgliche Situation zu schaffen. Dennoch, Herr Minister, schliefen dort Familien, teilweise sitzend oder auf dem Boden. Die Einrichtung für eigentlich 300 konzipiert, mit der Möglichkeit, im Notfall auf 350 zu gehen, war mit etwa 600 Flüchtlingen völlig überfordert. Das führt dazu, dass die Flüchtlinge ohne Registrierung teilweise in Notunterkünfte verschoben werden und reguläre Asylverfahren in weiten Teilen nicht mehr möglich sind. Und seit 2012 wissen wir um diese Situation. Seit drei Jahren haben wir jährlich steigende Zahlen. Und Sie haben die Bilder eben selbst bemüht in Syrien und im Irak. Die Bilder, die haben wir doch nicht erst seit gestern. Und von daher ist es nicht nachzuvollziehen, warum Sie hier nicht reagieren. Die Erstaufnahme in Dortmund musste bereits im Herbst 2012 ihre Pforten kurzzeitig wegen Überfüllung schließen. Daraufhin wurde eine Projektgruppe von hohen Ministerialbeamten gebildet, die Anfang des Jahres dringend empfahl, die personellen Kapazitäten aufzustocken, um besondere Belastungsspitzen, Notfälle, Epidemien und vergleichbare unvorhersehbare Ereignisse, Zitat, begegnen zu können. Innenstaatssekretär Nebel kommentierte dies lakonisch in der Einleitung zum Bericht dieser Projektgruppe. Ich zitiere, trotz dieser Erfahrung kann ich heute nicht ausschließen, dass im Herbst 2014 oder auch im Herbst 2015 erneut ein dramatischer Engpass entsteht. Sie waren gewarnt und haben nicht entsprechend gehandelt. Herr Minister, der Kollege Laschet hat das ja auch ausgeführt, die Brandbriefe von Ihrem Kollegen, Ihrem Genossen, dem lieben Uli Sirau in Dortmund, wie Sie ihm geschrieben haben, der die Brandbriefe formuliert hat und wo in Ihren Antworten immer nur beschwichtigt wurde. Und schon der landesweite Aufnahmestopp von Flüchtlingen im vergangenen Monat wegen der Krankheitsepidemien, der hat ja bei manchen Bürgern auch die Frage gestellt, sind wir eigentlich hier in Nordrhein-Westfalen oder sind wir hier in der sogenannten Dritten Welt? Und Sie haben wieder nichts Außenreichendes unternommen. Und dann haben Sie, Herr Laschet hat das angesprochen, ich möchte aber noch einmal ausführlich darauf eingehen, haben Sie einer hilfesuchenden Dezernentin vorgeworfen, sie hätte eine Das-Boot-ist-voll-Rhetorik an den Tag gelegt. Meine Damen und Herren, kein ernstzunehmender Akteur, kein Politiker aus dem demokratischen Spektrum, kein Journalist und auch kein Kommunalbeamter schürt heute so eine Stimmung. Es gibt keine ressentimentgeladene Asyldebatte wie Anfang der 1990er Jahre. Das ist gut und das muss auch so bleiben, meine Damen und Herren. Aber es ist besonders perfide, dass Sie der Dezernentin eine solche Rhetorik unterstellen, wofür es keine Anhaltspunkte gibt, nur um von Ihrem eigenen Versagen abzulenken. Sie haben in dem Zusammenhang im Innenausschuss auch gesagt, das System kollabiert nicht. Nun ist aber das System doch kollabiert. Hilflose Flüchtlinge kamen zu Schaden und Sie, Herr Innenminister Jäger, tragen dafür die politische Verantwortung. Wie hätte wohl vor einiger Zeit, vor einigen Jahren der Abgeordnete Jäger über den Minister Jäger geurteilt? Vielleicht so. Politische Verantwortung bedeutet, auch wenn keine persönlichen Fehler begangen wurden, aus dem Versagen des eigenen Ministeriums die Konsequenzen ziehen zu müssen. So haben Sie jedenfalls gegenüber der damaligen Justizministerin Müller-Pietenkötter sich geäußert. Wir fordern hier heute nicht Ihren Rücktritt, aber wir fordern, dass Sie sich endlich an Ihren eigenen Maßstäben messen lassen. Hören Sie auf, Blendkrannahten zu zünden und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernaufgaben. Die neue Notunterkunft, um mal eine weitere Baustelle zu nennen, die neue Notunterkunft in Rüthen, ist ebenfalls schlecht aufgestellt, hat uns gestern erreicht. Der jetzige Betreiber wusste am Donnerstag noch nicht, dass er Freitag die Verantwortung für eine Notunterkunft für 150 Flüchtlinge bekommen würde. Es gab keine Anweisung. Ein schriftlicher Auftrag mit konkreten Qualitätsstandards liegt noch nicht vor. Der Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg vor Ort, wie so oft, kann diese Lücke allein nicht füllen und ist überfordert. Die Flüchtlinge kommen ohne Gesundheitscheck direkt in die Notunterkunft. Insbesondere besteht hier beim Impfschutz dringender Handlungsbedarf und ein klärendes Gespräch soll von Ihrem Haus mit dem Gesundheitsministerium dann erst in der nächsten Woche geführt werden. So stelle ich mir verantwortungsvollen Umgang mit unseren Flüchtlingen nicht vor, meine Damen und Herren. Der nächste Krisenherd ist doch schon vorgezeichnet in den Kommunen, denen Sie binnen Stunden die Flüchtlinge vor die Tür liefern, ohne dass sie wirklich die Möglichkeit haben, sich entsprechend darauf vorzubereiten. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hat darauf hingewiesen, dass die Kostendeckung beispielsweise in der Stadt Münster für Flüchtlingsunterbringung unter 15 Prozent liegt. Da ist das nächste Desaster vorprogrammiert, meine Damen und Herren. Und dann rechtfertigen Sie das nicht damit, dass woanders die Erfüllung bei 120 Prozent liegt. Dann hinterfragen Sie doch mal Ihr System, wenn Sie auf solche Differenzen zwischen 15 Prozent und 120 Prozent kommen. Da stimmt doch was nicht und das ist Ihr Verantwortungsbereich. In Bayern bekommen die Kommunen 80 Prozent der Kosten erstattet. Dort gibt es überall eine Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist etwas, was wir uns hier auch für Nordrhein-Westfalen wünschen. Und das möchte ich Ihnen hier als Rot-Grün auch zum Schluss zurufen. Es kann doch nicht ernsthaft Ihr Anspruch sein, bei der humanitären Versorgung von Flüchtlingen hinter die CSU in Bayern zurückzufallen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Dr. Stamm. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Düker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die am Wochenende bekannt gewordenen Fälle von schwersten Misshandlungen in einer Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung des Landes haben auch mich zutiefst bestürzt. Menschen, die vor Not, vor Vertreibung, vor Krieg zu uns geflüchtet sind, konnten sich nicht darauf verlassen, bei uns eine sichere Zuflucht gefunden zu haben. Nach dieser beschämenden Erkenntnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Flüchtlingsunterkünfte dürfen in unserem Land nicht zu rechtsfreien Räumen werden. Eine menschenwürdige Aufnahme muss unser Maßstab sein. Es war eine Fehleinschätzung. Ja, es war eine Fehleinschätzung. Das wissen wir im Lichte der heutigen Erkenntnis leider alle. Dass die Standards in den Einrichtungen, die vertraglich vereinbart wurden, ohne Kontrollen offenbar von den beauftragten Firmen nicht eingehalten wurden. Wir konnten daher eine sichere Aufnahme von Flüchtlingen hier nicht sicherstellen. Erste Konsequenzen sind von der Landesregierung gezogen worden. Es ist erwähnt worden, die Tax Force, die zur Boot des Subunternehmens, des LKA, das eingesetzt wurde, die Sicherheitsüberprüfung. Nun gibt es kritische Kommentare, kann man ja allerorts lesen. Warum hat man denn diese Überprüfung nicht schon viel früher gemacht? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätte man mich, und ich mache das jetzt ja schon auch ein paar Jahre hier im Landtag, hätte man mich vor zwei Wochen gefragt, brauchen die Sicherheitsleute in den Flüchtlingsunterkünften eine Sicherheitsüberprüfung? Hätte ich Ihnen gesagt, dass ich eine Forderung nach so einer Totaldurchleuchtung für Mitarbeiter in einer Flüchtlingsunterkunft für völlig überzogen halte? Und deswegen macht das auch kein anderes Bundesland. Und hätte man Sie gefragt von der FDP, Sicherheitsüberprüfung in der Flüchtlingsunterkunft, Ich bin sicher, Sie hätten auch gesagt, dies ist eine überzogene Maßnahme. Auch hier mussten wir erkennen, das gehört doch zur Wahrheit auch dazu, seien Sie doch redlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie bitte redlich. Auch hier mussten wir erkennen, dass die Anforderungen im privaten Sicherheitsgewerbe offenbar nicht ausreichen, um zu verhindern, dass sich Kriminelle unter die Bediensteten mischen können. Keine Verträge, keine Gewerbeordnung, keine Zertifizierung sichern, gucken wir uns die Branche doch mal an, sichern offenbar die Standards, die man von einem Einsatz in einem solch sensiblen Bereich erwarten kann. Ich habe mir das noch mal angeguckt mit der Gewerbeordnung. Offenbar kann man in diesem Land leichter eine Pommesbude aufmachen, leichter ein Sicherheitsunternehmen als eine Pommesbude aufmachen. Wir brauchen aus meiner Sicht, Herr Laschet, auch das in Ihre Richtung nach Berlin. Wir brauchen auch, es besteht auch ein Handlungsbedarf und die Innenministerkonferenz hat das im letzten Jahr beschlossen, dass hier das Gewerberecht dringend überarbeitet werden muss. Wir brauchen bessere Zertifizierung und Überprüfung. Neben diesen Kontrollen brauchen wir aber auch sehr schnell und dringend neue Aufnahmeeinrichtungen im Land. Die oft nur befristeten Notaufnahmen, Überbelegungen müssen schnell abgebaut werden. Das leugnet hier niemand. Das heißt, in Essen haben wir eine dauerhafte Immobilie gefunden oder in Mönchengladbach, da muss jetzt der Turbo eingeschaltet werden, dass man dort starten kann. Und zu Recht, Herr Stamm, das ist völlig richtig, ich gebe Ihnen recht, dieses ganze System der Erstaufnahme muss auch auf den Prüfstand. Den Bericht haben Sie angesprochen. Bis Ende des Jahres erwarten auch wir hier eine Neukonzeptionierung der Erstaufnahme angesichts steigender Flüchtlingszahlen. Denn Tatsache ist, die Überbelegung schafft viele Probleme, die gelöst werden müssen, und zwar schnell. Aber, und das sage ich auch ganz klar, bei allen realen Problemen, die derzeit mit den steigenden Zahlen von Flüchtlingen verbunden sind, finde ich es grundfalsch, hier in der Rhetorik, und das ist heute wieder passiert, von Flüchtlingsströmen oder gar von Flüchtlingswellen zu sprechen, wie es oft getan wird. Nein, da kommt keine Naturkatastrophe auf uns zu. Es kommen Menschen. Niemand verlässt seine Heimat ohne Grund. Es kommen Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und ja, es werden wahrscheinlich 200.000 Asylbewerber ihren Erstantrag in diesem Jahr bei uns stellen. Es war Anfang der 90er Jahre mal doppelt so viel. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, weltweit sind derzeit über 50 Millionen Menschen auf der Flucht, so viel wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es sollte, es muss für unser Land möglich sein, diesen Menschen mit einer Willkommenskultur zu begegnen und ihnen eine menschenwürdige Aufnahme zu gewährleisten. Und anders als die CDU meinen wir, dass hier angesichts des Flüchtlingselends in Syrien und im Irak auch dringend ein weiteres Kontingent aus diesen Krisenregionen nötig ist. Und wir meinen auch, Herr Laschet, anders als Sie, dass die Aufnahme dieser Menschen eine Gemeinschaftsaufgabe darstellt, von Bund, Land und Kommunen. Und aus Berlin, aus Berlin gibt es dazu von Ihrer Partei, Herr Nemesiatz gestern, der es wieder über die Medien verbreitet, leider nur zwei Antworten. Und das sind Abschottung, Abwehr und Abwälzung der Kosten auf Länder und Kommunen. Und zu Ihrer pathetischen Aussage, ja, wo waren Sie an der Seite von Herrn Kretschmann im Bundesrat? Sie schreiben in Ihrem Antrag, Ihre Aussage in der Beantragung der Aktuellen Stunde, dass die Einstufung der Westbalkanländer, und jetzt kommt es, zu sicheren Herkunftsländern, die Bearbeitung zehntausender Anträge in NRW beschleunigt. Herr Laschet, diese Aussage ist nachweislich falsch. Denn die Verfahrensdauer wird auch mit diesem neuen Gesetz nicht verkürzt, solange das Bundesamt für Migration und Flucht nicht mit ausreichend Personalausstattung, und das wissen Sie ganz genau, ganz genau. Trotzdem behaupten Sie, behaupten Sie wieder besseren Wissens hier das Gegenteil. Und zweitens, und das macht das Ganze noch schlimmer, Sie sprechen da mit einer ganzen Flüchtlingsgruppe Ihre individuellen Fluchtgründe ab und stigmatisieren eine Minderheit, die ohnehin schwer hat und ausgegrenzt wird. Fahrlässig nenne ich das, fahrlässig. Was wir hier nicht brauchen, Herr Laschet, was wir hier nicht brauchen, ist hier eine, das Boot ist voll, und wir schieben die mal alle schnell wieder ab, Rhetorik. Wir brauchen echte Hilfe, wir brauchen hier echte Hilfe für die Kommunen. Und mit diesem Gesetz, mit diesem Gesetz streuen Sie den Menschen Sand in den Augen. Sie verkaufen die Leute für dumm, denn da kommt nichts an bei den Kommunen an echter Hilfe. Schließen Sie sich doch der Forderung an, der Kollege Körfges hat es gesagt, machen Sie im Bundesrat mit, das Gesetz liegt auf den Tisch, schaffen Sie dieses unselige Asylbewerberleistungsgesetz ab. Sie entlassen die Kommunen in NRW um 50 Prozent, aber Sie halten lieber an einem Repressionsinstrument für die Flüchtlinge fest, anstatt den Kommunen wirksam zu helfen. Und Herr Schäuble schreibt hier seine schwarze Null auf dem Rücken von Ländern und Kommunen. Und das wissen Sie ganz genau. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, Herr Laschet. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, Herr Laschet. Es hilft auch nicht, wenn CDU-Vertreter vor Ort sich daran beteiligen, und das sollten Sie sich auch mal angucken, wenn hier Stimmung gegen neue Landeseinrichtungen gemacht wird. So zeigt beispielsweise Eckart Uhlenberg, immerhin Vizepräsident des Landtags, einer Meldung der Rheinischen Post vom 7. Dezember 2012, zeigt er Verständnis für den Protest der Anwohner in Wickete-Wimmann angesichts der Planung einer neuen Erstaufnahme. Und er meint, Zitat, dass das Flüchtlingsheim eine unzumutbare Belastung für die Bevölkerung darstellt. Und dann der CDU-Bürgermeister Hermann Ahrt wird in diesem Artikel wie folgt zitiert, dann schreiben Sie aber auch, dass ich weiter dafür kämpfen werde, dass dieser Unsinn ein Ende hat. Sie reden hier von einer humanitären Flüchtlingsaufnahme. Und vor Ort sind es Ihre Bürgermeister, die alles versuchen, diese Einrichtungen zu verhindern. Und ich sage Ihnen noch was, und wenn Sie schon Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen öffentlichkeitswirksam besuchen, dann kommen Sie mit mir mal mit nach Rees am Niederrhein, wo auch Ihre Partei regiert. In den vergammelten Containern, wo die Menschen Sachleistungen statt Geldleistungen bekommen und mit irgendwelchen Punkten in irgendwelchen Shops vergammelte Lebensmittel tauschen können, dann kommen Sie auch damit mal hin. Also reden Sie hier nicht von Flüchtlingsschutz und handeln Sie vor Ort ganz anders. Diese Mutation, Herr Laschet, diese Mutation zur Flüchtlingsschutzpartei nimmt Ihnen in diesem Landtag hier niemand ab. Und dann erklären Sie, und es kommt noch besser, es kommt noch besser, dann erklären Sie forsch im WDR 2-Interview, ich traute meinen Ohren nicht. Sie behaupten einfach, dass dort, wo die CDU regiert, dass mit den steigenden Asylbewerberzahlen alles unter Kontrolle ist. Da fragt der Redakteur Sie nach einem Beispiel. Dann nennen Sie Bayern. In Bayern ist die Welt in Ordnung, da wird alles kontrolliert. Herr Laschet, ich empfehle Ihnen einen Faktencheck. In der Erstaufnahme in Zierndorf ist Platz für 650 Menschen. Mitte September dieses Jahres wurde eine Belegung mit 1.600 gemeldet und ein Notzelt aufgebaut. Wohlfahrtsverbände sprechen von katastrophalen Zuständen. Im April wurden dort drei Mitarbeiter wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt, weil sie sich geweigert hatten, einen Notarzt für ein schwer krankes Flüchtlingskind zu rufen, dass daraufhin fast gestorben wäre. Das sind Ihre paradiesischen Zustände in CDU-regierten Ländern. Herr Laschet, bleiben Sie redlich. Bleiben Sie redlich. Sie missbrauchen hier das Thema für Ihre parteipolitischen Zwecke. Und ich sage Ihnen, es ist schäbig, denn dieses Thema eignet sich dafür nicht. Und ich sage Ihnen noch etwas in Ihrer Regierungszeit, die Sie ja auch immer gerne ausblenden und vergessen. Ich erinnere mich gut, als der Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen, ein unabhängiger Dachverband der Flüchtlingsorganisation, als er in Ihrer Regierungszeit die inhumane Flüchtlingspolitik Ihres Innenministers Wolf angeprangert hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, was haben Sie da gemacht? Im ersten Haushalt haben Sie erst einmal dem Flüchtlingsrat die Finanzierung gestrichen, um ihn mundtot zu machen. So sind Sie damals damit umgegangen. Wo waren denn Ihre Bekenntnisse als Integrationsminister im damaligen Kabinett Rüttgers gegen Innenminister Wolf zu seiner Abschiebepolitik? Wo waren Sie denn da? Für meine Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere es, ich bedauere es sehr, dass Sie diese Debatte in dieser Form hier führen. Denn um die Sache geht es Ihnen nicht, und das unterstelle ich Ihnen auch. Für meine Fraktion kann ich erklären... Ich kann Ihnen auch gerne noch einmal die Reden vom Kollegen Theo Kruse. Der ist heute nicht da. Das kann ich mir vorstellen. Raussuchen, was der hier so zum Besten gegeben hat, zur menschenwürdigen Flüchtlingspolitik. Für meine Fraktion kann ich erklären, wir stehen dafür ein, dass die Vorfälle schonungslos aufgeklärt werden, dass Fehler dort benannt werden, wo es Versäumnisse gegeben hat, und die hat es gegeben, und dass dann, und nur dann, kann man auch die notwendigen Konsequenzen ziehen, wenn man genau hinguckt. Und ich möchte, dass dies nie wieder in Nordrhein-Westfalen passiert. Wir übernehmen hier die Verantwortung. Wir übernehmen die Verantwortung für eine humanitäre Flüchtlingspolitik, für Flüchtlingsschutz, und das werden wir als Fraktion, die Grünen hier im Landtag auch weiterhin tun. Schönen Dank. Applaus Ja, vielen Dank, Frau Dükker. Es gibt eine Kurzintervention von der Kollegin Güler von der CDU-Fraktion. Frau Dükker, wenn ich Sie bitten darf, den Platz am Redepult noch einmal einzunehmen, damit die Kurzintervention hier auch ordnungsgemäß abgearbeitet werden kann. Frau Dükker, eigentlich schätze ich Sie auch Ihre Arbeit als flüchtlingspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Aber heute waren Sie nicht die flüchtlingspolitische Sprecherin. Heute waren Sie nur die empörungspolitische Sprecherin der Grünen im Gegensatz in Bezug auf uns. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht nur beschämend, ich finde es schäbig, dass Sie hier in Ihrer Rede komplett von dem Versagen der Landesregierung abgelenkt haben, Nebenschauplätze aufgemacht haben. Und das hätte ich Ihnen wirklich nicht zugetraut. Und ich bin mir auch sicher, dass Sie diese Rede ganz sicher anders gehalten hätten, wenn es hier ein CDU-Minister wäre, der so versagt hat. Applaus So, Frau Kollegin Dükker, Sie haben eine Minute dreißig für die Antwort auf die Kurzintervention. Frau Güller, ich stimme Ihnen zu, ich hätte diese Rede hier anders gehalten, wenn Herr Laschet hier nicht so verlogenes Zeug von sich gegeben hätte. Applaus So, Frau Kollegin Dükker, Sie haben eine Minute zu verlogen, Als nächster Redner spricht für die Fraktion der Piraten der Fraktionsvorsitzende Herr Dr. Paul. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Der Artikel 1 des Grundgesetzes ist heute zu Recht schon mehrfach bemüht worden. Das möchte ich nicht wiederholen. Die Aufnahme, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ist ganz grundsätzlich eine staatliche Hoheitsaufgabe. Und das nicht nur jetzt in Krisenzeiten. Sie liegt in der Hand von Bund, Ländern und Kommunen. Aber tut sie das wirklich? Denn was, was wir gegenwärtig in den Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge erleben, kann auch unter der Überschrift »Willkommen im schlanken privatisierten Staat« abgehandelt werden, so Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, CDU-Mitglied, in einem Interview im ZDF-Morgenmagazin vom 28. dieses Monats. Wendt, wie es zudem deutlich auf das Kontrollversagen der Politik hin, ich zitiere, »Wenn hoheitliche Aufgaben auf ein gewinnorientiertes Unternehmen übertragen werden, sind die Scheunentore weit geöffnet für Kriminelle, im Übrigen auch für Extremisten.« Nun kann man durchaus schlüssig, wie ich finde, argumentieren, dass Private hier schneller sein können und auch flexibler. Aber wenn man das konsequent zu Ende denkt, heißt das auch, dass die staatliche Kontrolle dieser Privaten noch schneller sein muss. Und das kann auch nur greifen, wenn entsprechend Kräfte vorgehalten und die aktuell steigenden Bedarfe vom verantwortlichen Ministerium auch antizipiert werden. Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Minister Jäger. Was Sie ja wirklich aus dem FF können, das muss man Ihnen wirklich lassen, ist, sich PR-technisch gut in Szene zu setzen. Sie haben sich da ein paar tolle Sachen ausgedacht, Blitzermarathon, Rockeraufstand, Salafistenkampf. Sie stellen sich immer als der harte Hund, der zupackende Macher dar. Und so manch einer hat Ihnen das vielleicht auch abgenommen. In Ihren martialischen Auftritten im Lande, aber auch hier im Plenum, haben Sie unsere sehr konkreten Forderungen zur Erstaufnahme, ja zur Asylpolitik im Allgemeinen, stets vom Tisch gewischt. Und jetzt fällt Ihr Kartenhaus in sich zusammen. Die abscheulichen, übrigens im Internet geborenen, Vorfälle in Burbach und anderswo zeigen deutlich, dass Sie Ihr Haus und dessen Verantwortlichkeiten nicht im Griff haben. Warnungen zu Zuständen, die Ihnen nicht passen, werden nicht mal angehört. Sie hätten sich mal sie lieber um einen Blitzermarathon bei den privaten Sicherheitsfirmen kümmern sollen. Immerhin hat die Dortmunder Ordnungsdezernentin vergangene Woche erst auf die hoffnungslos überfüllten Aufnahmeeinrichtungen aufmerksam gemacht und wurde von Ihnen postwendend mundtot gemacht mit der Begründung, solche Aussagen stünden ihr nicht zu. Da hätten Sie sich mal genauer hinhören sollen. Aber das ist ja nicht jedermanns Stärke. Aber auf die Spitze treibt es Ihre Aussage vom letzten Dienstag. Sie gaben auf der Pressekonferenz mit Herrn Bollermann zu verstehen, dass es sich bei den Vorgängen aus Ihrer Sicht um das Werk einzelner Krimineller handele. Diese Aussage ist wirklich schwer zu ertragen, denn sie ist eine Verhöhnung der Betroffenen. In Wirklichkeit handelt es sich hier um politisch zu verantwortende Systemfehler. Systemfehler, für die Sie und die Landesregierung die politische Verantwortung tragen. Systemfehler, auf die vorher hingewiesen wurde, mehrfach und unter anderem auch von uns Piraten. Eine Aufbereitung der Vorfälle sollte mit einer ehrlichen Analyse beginnen. Aber das scheinen Sie, Herr Minister, bedauerlicherweise nicht tun zu wollen. Was machen Sie stattdessen? Sie machen weiter im Modus Ihrer PR-Politik. Mit einer zehnköpfigen Taskforce gegen die Missstände im System und in den 19 Aufnahmeeinrichtungen. In alten Westernfilmen wenigstens kommt die Kavalerie aus dramaturgischen Gründen immer fünf vor Hai nun. Aber sie kommt. Ihre vollmundig angekündigte Taskforce hingegen kommt zu spät. Viel zu spät. Und noch einmal. Sagen Sie nicht, es hätte keine Warnungen gegeben. Auf der anderen Seite, das gilt für Sie und auch für Frau Ministerpräsidentin, das ehrliche Bedauern, Ihre Betroffenheit, Ihre Beschämung, das kaufe ich Ihnen ab. Aber Bedauern und Betroffenheit ersetzen eben nicht aktive und vorausschauende Verantwortung. Und sie ersetzen darüber hinaus auch nicht die Notwendigkeit eines ganz grundsätzlichen Paradigmenwandels in der deutschen und der nordrhein-westfälischen Flüchtlingspolitik. Und der grüne Umfaller Kretschmann in Baden-Württemberg ist da auch nicht hilfreich. Von moralisch-ethischen Bekenntnissen haben die schwer traumatisierten Betroffenen nämlich nichts. Das bitte ich zu bemerken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, möchte ich gerne eine Bemerkung machen. Wir waren uns hier im Präsidium eben einig, Frau Kollegin Dücker, dass der Begriff verlogenes Zeug zumindest, sagen wir mal, nicht dem parlamentarischen Brauch entspricht, um den Redebeitrag eines Kollegen zu qualifizieren. Ich bitte, das einfach mal so als Mahnung des Präsidiums zur Kenntnis zu nehmen. Ich rufe auf als nächste Rednerin für die SPD-Fraktion Frau Wagener. Ich rufe auf als nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Abu Ghraib im Siegerland, in meinem Wahlkreis, Burbach und Bad Berleburg, beide im Kreis Siegen-Wittgenstein liegend, und Essen sind in aller Munde eine traurige Berühmtheit. Das politische Krisenmanagement hat stattgefunden, beziehungsweise findet noch statt. Es wurde am Freitag sehr schnell gehandelt. Ich danke dafür, die jetzt ergriffenen Maßnahmen helfen, eine Wiederholung zu vermeiden. Es wird gegengesteuert. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wäre die Debatte hier wohl verlaufen, hätten heute hier Opfer gesessen, hier im Saal. Ich glaube, sie wäre zumindest angemessener gewesen. Und was würden wir, was würde ich, was würden wir den Opfern der Taten in Burbach sagen, wenn sie jetzt hier wären? Was würden wir einem Menschen sagen, der in einer Einrichtung des Landes gezwungen wurde, sich in sein Erbrochenes zu legen? Ich könnte Ihnen sagen, es waren die Taten von Einzelpersonen, die an dieser sensiblen Schnittstelle in einer Flüchtlingseinrichtung nichts zu suchen hatten. Wir schaffen gerade Standards, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Ich könnte sagen, das Land, die Bezirksregierung, die Einrichtungsbetreiber, sie alle waren organisatorisch und personell nicht eingestellt auf einen so großen Flüchtlingsantrag. Ich könnte darauf hinweisen, dass mit gleich zwei landeseigenen Flüchtlingseinrichtungen wir im Kreis Siegen-Wittgenstein einen überproportional hohen Beitrag leisten, um den immer stärker werdenden Zustrom an Flüchtlingen aus allen Krisengebieten in der Welt in den Griff zu bekommen. Und Herr Laschet, in meinem Wahlkreis gibt es bislang keine Rücktrittsforderungen gegenüber Herrn Innenminister Jäger, trotz dieser enormen Belastung, die wir dort tragen. Und es wird auch nicht als Unzumartbarkeit empfunden, dass wir dort zwei Einrichtungen haben. Ich könnte auf die ungebrochene große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger unseres Kreisgebietes hinweisen, die mit Sachspenden und einer ganzen reinen ehrenamtlichen Initiativen vor Ort versuchen, die schwierigen Lebenssituationen der ständig neu wechselnden Nachbarn zu verbessern. Und ja, auch vor Ort gab und gibt es Skepsis und Vorbehalte in Teilen der heimischen Bevölkerung die Sorge vor einem signifikanten Anstieg der Kriminalität in Burbach. Eine auch hier im Parlament vertretene Partei, aber auch Medien, die in zweifelhafter Weise diese Themen aufgegriffen haben. Händler, die Ladendienstelle fürchten, dumpfe, brächte Parolen nicht nur bei Facebook. Bis zu 800 Flüchtlinge aus 12 bis 15 Herkunftsländern in einem ländlich gelegenen Raum von 15.000 Einwohnern in Burbach, das BIRG-Konflikte. Und an diesem Punkt Sicherheit, da waren wir als Politik vor Ort. Wir waren sensibilisiert, haben Flagge gezeigt. Und ich frage mich, ich frage uns, waren wir zugleich genügend aufmerksam dabei, was die Unterbringungsbedingungen der Flüchtlinge angeht. Die aktuelle Stillung im Siegerland, eben wurde gesagt, reden Sie doch mal zu Burbach, jetzt mache ich es, eine bedrückte Stillung, Fassungslosigkeit. Siegen, Siegerland und Wittgenstein gleich Abu Ghraib. Ich könnte sagen, die Kontrolle hat versagt, obwohl sie gerade dann besonders gefordert ist, wenn hoheitliche Aufgaben auf private Dienstleistungen übertragen werden. Ich könnte sagen, dass wir mehr Unterkünfte brauchen, dass eine Überbelegung wie in Burbach nicht akzeptabel ist. Räumliche Enge, unterschiedliche Ethnien, Nationalitäten, Religionen, Trennung von Familien, all das erhöht den Druck in den Einrichtungen. Aber werden wir hier als Abgeordnete nicht ganz schnell ruhig, wenn bei der Standortsuche der eigene Wahlkreis ins Gespräch kommt? War es, ich hoffe es auch nicht, wir haben zwei. War es für uns alle nicht einfacher davon auszugehen, dass insbesondere die Bezirksregierung in Arnsberg mit der Aufnahme von Tausenden von Flüchtlingen klarkommt? Ich könnte sagen, ich wünschte mir, die Oppositionspartei würde die tragischen Ereignisse im Kreis Siegen-Wittgenstein und anderswo nicht für parteipolitisches Gerangel nutzen. Es wird in der Bevölkerung nicht honoriert. Und ich denke, es ist im Ernst und der Lage und der Trage dessen, was geschehen ist, nicht angemessen. Ich habe mich gefreut, dass der Kollege Jens Kamid mir angeboten hat, uns angeboten hat, vor Ort ein gemeinsames Zeichen fraktionsübergreifend, parteiübergreifend zu setzen. Das können wir gerne tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das könnte ich den Opfern sagen, und dennoch hätte ich das Gefühl, es reicht nicht. Und deshalb würde ich wohl nur vier Worte sagen, in der Hoffnung, dass Sie sie mir glauben können. Es tut uns leid. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wagner. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Laschet, Sie hatten vorhin in Ihrer Rede bemerkt, dass das, was die Bezirksregierung Arnsberg nun als Standards für die karitativen Organisationen wie Deutsches Rotes Kreuz und Malteser, aber auch für private Betreiber von Asylunterkünften vereinbart hat als Standard. Das sei doch völlig normal. Das sei eine Selbstverständlichkeit. Herr Laschet, ich gestehe Ihnen zu, man kann nicht so tief in dem Thema drin sein, dass man alle Facetten durchleutet. Ich meine das wirklich ernst. Die Frage von Sicherheitsstandards und Sicherheitsüberprüfung von Sicherheitsangestellten ist in der Tat kompliziert. Und das, was da vereinbart ist, ist das genaue Gegenteil einer Selbstverständlichkeit, Herr Laschet. Ja, die Gewerbeordnung schreibt vor, dass eine Zuverlässigkeitsprüfung stattfinden muss. Ja, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen müssen ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Herr Laschet, ich beschreibe das Bild nur. Ich will es nicht noch einmal zeigen. Aber der Täter, der dem Menschen, der da auf dem Boden beuchlingsliegt, den Fuß auf den Kopf stellt, hat ein lupenreines polizeiliches Führungszeugnis, obwohl er wegen verschiedener Straftaten zuvor in Erscheinung getreten ist. Das ist die Lücke. Denn ein polizeiliches Führungszeugnis erfasst nur die Dinge, zu denen ein Täter rechtskräftig verurteilt worden ist, schon von mehr als 100 Tagessätzen. Verdachtspunkte, Anhaltspunkte, so gravierend sie sein mögen, bleiben bei diesem polizeilichen Führungszeugnis unbeachtet. Und deshalb können Sie sich unter dieses Personal von Sicherheitsunternehmen mischen. So, was tun wir jetzt? Wir tun nichts Selbstverständliches, Herr Laschet. Ganz im Gegenteil. Wir tun etwas, wo ich glaube, dass meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern das mit großem Interesse verfolgen. Wir werden jetzt von jedem Einzelnen derjenigen, die in Flüchtlingseinrichtungen beschäftigt werden, durch Sicherheitsunternehmen, abverlangen, dass er sich freiwillig dazu bereit erklärt, Sicherheit überprüft zu werden durch Polizei und Verfassungsschutz. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz konkret, und ich habe hier den Erlass, und ich möchte ihn aus diesem Erlass zitieren. Eine Unbedenklichkeit kann insbesondere nicht bescheinigt werden, wenn die betroffene Person aufgrund von tatsächlichen Anhaltspunkten als nicht geeignet anzusehen ist. Herr Laschet, das bedeutet, einen solchen Standard gibt es nirgendwo in Deutschland. Der ist nicht selbstverständlich. Im Gegenteil, ich hoffe, ich habe gestern mit dem Bundesinnenminister vereinbart, dass wir uns in der übernächsten Woche zusammensetzen. Ich hoffe und ich glaube, dass vielleicht viele, möglicherweise sogar alle anderen Bundesländer, diesen Standard zukünftig übernehmen, weil wir ausschließen müssen, dass in solchen sensiblen Einrichtungen Kriminelle sich unter dieses Personal mischen dürfen. Das müssen wir ausschließen, meine Damen und Herren. Zweitens, Herr Laschet, Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie in Burbach waren. Ich begrüße das nochmal wirklich ausdrücklich. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Abgeordnete dies häufiger in Anspruch nehmen würden, eben halt solche Einrichtungen zu besuchen. Weil ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel in der Politik immer vorliegt. Herr Laschet, Sie hatten gesagt, dass Sie sich darüber gefreut haben, dort gewesen zu sein und von Herrn Bollermann auch begleitet worden zu sein. Und dass Sie angerufen wurden aus meinem Büro. Herr Bollermann, wir haben, Entschuldigung, Herr Laschet, wir haben aus der Presse erfahren, dass Sie Burbach besuchen möchten. Wir haben Herrn Bollermann gebeten, zu Ihnen zu fahren, Sie dort zu treffen. Und wir haben uns vergewissert durch dieses Telefonat, ob das, was in der Presse steht, dass Sie diese Einrichtung besuchen wollen und auch Begleitung durch fachkundiges Personal haben wollen, tatsächlich stimmt. Herr Laschet, nur eine Bitte. Man kann uns auch so etwas direkt mitteilen. Man muss es nicht über die Presse tun. Und so, wie ich höre, hat danach, so wie ich höre, Herr Laschet, so wie ich höre, Herr Laschet, hat auch Ihre Anwesenheit hier im Plenum das Präsidium nur aus der Presse erfahren, Herr Laschet. Also Kommunikation wäre da besser. Ein dritter Punkt, Herr Laschet, ist, dass Sie die Süddeutsche Zeitung zitiert haben, dass Sie zitieren, dass der Bürgermeister Evers aus Burbach bereits im August auf Probleme mit dieser Sicherheitsfirma hingewiesen hat. Ich will das jetzt nicht mehr lange erläutern. Und ich will das auch nicht mehr rechtfertigen, dass das nicht zutrifft, Herr Laschet. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass mein Haus und Bürgermeister Evers zurzeit gerade eine Pressemitteilung abstimmen, weil er in diesem Zusammenhang von Ihnen nicht als Kronzeuge diffamiert werden will und diese Behauptung auch zurückweist. Ich habe vorhin die Zahlen genannt. 40.000 Menschen nehmen wir dieses Jahr auf. Das ist die Größenordnung von Karst oder Aarhaus. 40.000 in einer Situation, wo das Land die Landesaufnahmeeinrichtungen seit 2011, meine Damen und Herren, da bitte ich um Aufmerksamkeit, seit 2011 haben wir die Aufnahmekapazitäten in unseren Landeseinrichtungen verdreifacht. Und es reicht trotzdem nicht. Ich habe vorhin deutlich gemacht, wo die Ursachen sind. Das hat mit den unglaublichen Flüchtlingsströmen aus Syrien und im Irak zu tun. Wir haben unsere Einrichtungskapazitäten, Herr Laschet, verdreifacht. Trotzdem reicht es nicht. Aber trotzdem bringen wir nicht in Bayern die Flüchtlinge in Zelten unter oder wie in Hamburg. Jedes Bundesland betrachtet das als eine Herausforderung, so viele Menschen aufnehmen zu können und auch unterzubringen. Das tun wir hier auch. Wir werden ganz konkret, Herr Laschet, an diesem Wochenende weitere 800 bis 1.000 erwarten. Wir arbeiten händeringend daran, dass wir die ordentlich unterbringen. Das ist eine echte Herausforderung. Und da bitte ich um politische Unterstützung. Zu der will ich jetzt gerade kommen, Herr Laschet. Die Frau Düke hat Bürgermeister aus einzelnen Städten zitiert, die sich gegen die Einrichtung von Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge aussprechen. Das tun Sie. Da haben Sie auch möglicherweise als CDU-Landesvorsitzender auch nicht einen unmittelbaren Einfluss drauf. Das kann ich verstehen. Ich kann auch gelegentlich Bürgermeister vor Ort verstehen, die um die Wiederwahl ringend dann andere Positionen einnehmen. Aber da, wo Sie einen unmittelbaren Einfluss haben, Herr Laschet, auf Ihre eigene Fraktion, da bitte ich mal in der Tat auch um Redlichkeit und Wahrheit in Ihren Worten. Ich sage es jetzt mal ganz konkret, Herr Laschet. Ganz konkret. Die Stadt Essen möchte eine größere Erstaufnahmeeinrichtung für das Land betreiben und errichten. Es gibt einen inzwischen Oberbürgermeisterkandidaten und Ihren Fraktionskollegen Kufen, der sagt, das geht nicht. Das ist ein Filigrundstück. Da muss ein Hotel drauf. Und, noch viel mehr, außerdem ist ja das Gesetz über sichere Herkunftsländer beschlossen worden, die Flüchtlingszahlen werden deutlich runtergehen. Wir brauchen solche Einrichtungen nicht. Herr Laschet, ich bitte Sie, der ja schon den Fehler gemacht hat, unermassen selbst zu schließen, auf Ihren Fraktionskollegen Kufen einzuwirken, dass er die Errichtung einer Landesaufnahmestelle in Essen nicht länger blockiert. Jetzt stehen Sie in der persönlichen Verantwortung, dass dies auch geschieht, Herr Laschet. Meine Damen und Herren, in meinem Geschäftsbereich arbeiten 65.000 Menschen. Engagiert, gut, machen gute Arbeit. Aber jeden Tag machen diese Menschen auch Fehler. Auch der Minister. Jeder Mensch macht nämlich Fehler, Herr Laschet. Um es deutlich zu sagen, für die Fehler meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehme ich keine Verantwortung. Diese Verantwortung habe ich. Und mir ist wichtig, dass wir in meinem Geschäftsbereich eine Fehlerkultur haben, die da lautet, nichts wird an den Teppich gekehrt. Fehler darf man machen, aber sie müssen klar benannt werden. Aus Fehlern sind Lehren zu ziehen. Sie sind abzustellen. Und es ist alles dafür zu tun, dass Fehler möglichst nie wieder geschehen, Herr Laschet. Das ist meine Philosophie von Verantwortung. Noch einmal, ich übernehme sie nicht. Ich habe sie. Immer und für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Damen und Herren. Herr Paul, als Letztes. Das heißt, was mein Disput mit Frau Jägers, Ordnungsdezernentin in Dortmund angeht. Wenn man sich mit dieser Thematik Flüchtlingsaufnahme, Flüchtlingsunterbringung täglich befasst, das tue ich in Teilen im Rahmen meiner Tätigkeit, das tun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir den ganzen Tag. Frau Jägers als Ordnungsdezernentin in Dortmund tut das auch jeden Tag. Sie ist verantwortlich dafür als Ordnungsdezernentin, dass Flüchtlinge tatsächlich dort auch vor Ort nicht obdachlos wären. Ich sage Ihnen ganz offen, Herr Paul, ich bin froh, dass wir in diesem Land trotz der internationalen Lage eine so hohe Akzeptanz bei den Menschen haben, hier Flüchtlinge aufzunehmen, auch wenn das eine unglaubliche Herausforderung ist. Ich bin sehr froh darüber, dass wir im Jahre 2014 nicht mehr die Diskussion der 90er Jahre haben, das Boot ist voll Flüchtlingsschwemme, Asylanten, Asylmissbrauch. Das müssen wir bewahren, dass diese Akzeptanz auch bleibt. Dann erwarte ich aber auch von politisch Verantwortlichen eine Rhetorik, die dem gerecht wird. Und ein Zitat wie, dass das System kollabiert, ist nicht angemessen in dieser Situation. Jeder, der Verantwortung trägt, muss besonnen arbeiten und muss sich in der Öffentlichkeit auch besonnen verhalten. Frau Jägers, Herr Stamm, noch einmal, ich sage es Ihnen ganz deutlich, jeder, der politische Verantwortung hat, muss vermeiden, dass hier in diesem Land eine Boot ist, Vollstimmung steht. Und das, Herr Stamm, das erwarte ich auch von einer Frau Jägers. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Als nächster Redner hat sich für die FDP-Fraktion Herr Lindner, Fraktionsvorsitzender, gemeldet. Bitte schön, Herr Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in Nordrhein-Westfalen wird Menschen in möglicherweise der schwersten Stunde ihres Lebens die Würde genommen. Im Verantwortungsbereich der Landesregierung. Und in dieser Situation stellt sich der Innenminister dieses Landes hin und pumpt sich auf, wie wir es gerade bei seinem letzten Redebeitrag erlebt haben. Der Landtag ist selten Zeuge einer solchen Rede geworden, dass angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die es in Einrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen gibt, der Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen jetzt noch zukünftig als Vorbild für die Standards zur Begleitung von Flüchtlingen herausstellen wird. Das muss man sich vorstellen. Das muss man sich vorstellen. Es hat ein eklatantes Organisationsversagen in Ihrem Verantwortungsbereich gegeben, Herr Jäger. Man hätte, das hat die Debatte gezeigt, viel früher wissen können, welche Defizite es gibt, welche Mängel bestehen. Das hat Sie alles nicht interessiert. Stattdessen stellen Sie sich hier vor den Landtag in der Weise, wie wir es gerade erlebt haben. Das ist ein bemerkenswertes Beispiel gleichermaßen für die Verweigerung der Wirklichkeit wie der politischen Verantwortung, Herr Jäger. Die liegt nämlich bei Ihnen. Und zu diesem Organisationsversagen ist es offensichtlich auch deshalb gekommen, weil Sie aus dem Innenministerium eine persönliche PR-Maschine gemacht haben. Sie haben ja Zeit und Kapazität für alles Mögliche, aber offensichtlich nicht für das Kerngeschäft. Dafür, Herr Jäger, hätten wir von Ihnen wenigstens ein Stück Demut hier heute erwartet. Gerade von Ihnen. Gerade von Ihnen. Gerade von Ihnen, weil Sie ja als Abgeordnete auf der anderen Seite, und wir sind ja auch sportlich in der Auseinandersetzung hier im Haus, gerade weil wir von Ihnen als Abgeordnete immer erlebt haben, wie Sie rücksichtslos, brutal auch unter der Gürtellinie Regierungsmitglieder früherer Kabinette angegriffen haben. Und den Maßstäben werden Sie hier nicht gerecht. In der Tat, die heutige Opposition hat einen anderen Stil, als Sie ihn damals gepflegt haben. Deshalb fordern wir Ihren Rücktritt nicht. Aber, Herr Jäger, wenn Sie in dieser Lage in Ihrem Amt bleiben, dann wirft das einen Schatten auf Ihren Charakter. Wenn Sie noch einen Funken Ehre im Leib haben, dann stellen Sie Ihr Amt zur Verfügung und machen das, was Sie immer anderen vorgeworfen haben, nämlich sonst selbst. Und zum Schluss, Frau Ministerpräsidentin, dass Sie in dieser Debatte zumindest bislang noch nicht das Wort ergriffen haben, das ist auch ein ganz deutliches Signal. Sie sprechen immer mit großer Emphase davon, kein Kind solle zurückgelassen werden. Sie wollen in Nordrhein-Westfalen jeden Tag ein neues sozialpolitisches Leuchtfeuer entzünden, das die ganze Republik wärmen soll. Und dann in dieser Lage sagen Sie nichts, übernehmen keine Verantwortung, sondern laden es ab beim Innenminister, bei Ihrer Fraktion. Das zeigt, Frau Ministerpräsidentin, die soziale Fassade der Hannelore Kraft. Sie ist umgefallen. Vielen Dank, Herr Lindner. Als nächster Redner ist für die Piratenfraktion angekündigt Herr Kollege Herrmann. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was haben wir nicht schon alles für ein Hin und Her gehört? Eins hat noch keiner gefragt, nämlich warum wir uns erst heute mit diesem Thema beschäftigen und nicht schon gestern am ersten Plenartag. Hatte vorher niemand Zeit oder wollten Sie warten, bis der Skandal vielleicht vorbei ist? Aber ich denke, so schnell geht das nicht. Es ist für mich noch immer, Entschuldigung, Frau Kraft, den Einwurf, die Unterrichtung war für heute angemeldet vom Ministerium. Das hätten wir auch gestern gemacht. Okay. Es ist für mich immer noch schwer vorstellbar, war, dass die Bilder mit den am Boden liegenden und erniedrigten Menschen gerade einmal 100 Kilometer von hier, vom Landtag entfernt, aufgenommen worden sind. Das ist eine Schande für Nordrhein-Westfalen. So etwas dürfte es hier nicht geben und wir müssen alles tun, dass das nie wieder passiert. Und damit kommen wir direkt zu einem Kernpunkt dieser Debatte, nämlich Verantwortung und Verpflichtung. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier im Landtag Nordrhein-Westfalen über Verantwortung sprechen. Sehr oft wird dann mit dem Finger auf die anderen gezeigt, auf die anderen Parteien, Fraktionen, auf den Bund, auf die Kommunen, private Unternehmen oder sogar die ganze Gesellschaft. Das führt dann dazu, dass Verantwortung hin und her geschoben wird und schließlich gar nicht mehr wahrgenommen wird. Herr Körfges, Sie haben einige exemplarische Beispiele dafür geliefert, der Herr Minister ebenfalls. Aber nun betrifft es eine ganz besonders schutzbedürftige Gruppe von Menschen. Das Ausmaß der Verantwortungslosigkeit ist erschreckend. In Burbach war es anscheinend an der Tagesordnung, dass Schutzbefohlene gequält, vernachlässigt, misshandelt und gedemütigt worden sind. So ist der Informationsstand im Moment. Um es klar und deutlich zu sagen, wie Misshandlungen werfen wir den Wachleuten vor. Aber die Vernachlässigung oder gar Schlimmeres, kommen ja nun kleine Stückchen heraus, werfen wir der Landesregierung und den Verantwortlichen vor. Und wenn die Polizei und Beamte des Ministeriums oder der Bezirksregierung Arnsberg tatsächlich vorher etwas von den Vorfällen wussten, dann müssen die Verantwortlichen gehen, und zwar sofort. Alles andere wäre unerträglich. Unerträglich sind aber auch die Zustände in den Aufnahmeeinrichtungen. Für diese Zustände und Landesaufnahmen tragen Sie, meine Damen und Herren, die Verantwortung. Ja, und ich meine nicht nur die Landesregierung in der Person von Herrn Jäger, das haben Sie richtig gehört, auch der Landtag NRW hat versagt. Dass die Flüchtlingszahlen steigen, die Kriege und Krisenherde zunehmen, wissen wir nicht erst seit gestern. Das Land ist aber gesetzlich verpflichtet, die zugewiesenen Flüchtlinge menschenwürdig aufzunehmen, und es hat sich darauf nicht ausreichend vorbereitet. Ich würde sagen, es hat sich fast gar nicht darauf vorbereitet. Hier im Landtag ist es seit mehr als zwei Jahren bekannt, dass die Flüchtlingsaufnahme in ganz NRW in einer Krise steckt. Das wurde im Plenum, in Ausschüssen, Veranstaltungen, in Zuschriften, Positionspapieren, Anträgen, in Briefen, Anhörungen und in informellen Runden thematisiert. Jeder Abgeordnete in diesem Haus war informiert. Ich würde sagen, sie sind sehenden Auges in die Katastrophe gesteuert. Und hier nun auch noch den Eindruck eines rasanten, überraschenden oder gar nicht zu bewältigenden Anstiegs von Flüchtlingszahlen zu kolportieren, was wir einige Male gehört haben, das ist mehr als armselig, es ist zudem auch noch gefährlich und es fördert Ressentiments. Und nein, unsere Fraktion zähle ich nicht dazu. Wir haben eine neue Konzeption der Flüchtlingsaufnahme mit verbindlichen Standards und Kontrollen und dezentraler und humaner Unterbringung gefordert. Wir fordern seit einem Jahr die Offenlegung aller Verträge und Vereinbarungen mit den Betreibern der Einrichtungen. Und wir forderten bereits im letzten Jahr mehr Personal für das Ministerium und die Bezirksregierung Arnsberg, damit das alles umsetzbar ist. Erst jetzt genehmigt der Minister, der leider nicht mehr, doch, da ist er noch, erst jetzt genehmigen Sie 23 Stellen. Das ist viel zu spät. In einem Interview mit der Tagesschau am Montag erklärte Kai Wendel, der im Auftrag von Pro Asyl eine umfangreiche Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland veröffentlicht hat, dass es von Politikern, ich zitiere, von Politikern in NRW und in Brandenburg in der letzten Zeit Aussagen gab, dass angesichts des angeblichen Unterbringungsnotstands Mindeststandards nicht mehr berücksichtigt werden könnten, die könne man sich jetzt nicht mehr leisten. Zitat Ende. Ich weiß übrigens, welche Politiker aus NRW gemeint sind. Belege dafür findet der interessierte Mensch in den Plenarreden und Ausschussprotokollen der letzten Jahre. Herr Wendel führte weiter aus, ich zitiere noch einmal mit der Deutung des Präsidenten, insofern ist es auch kein Wunder, dass Misshandlungsfälle jetzt auftreten und unseriöse Betreiber oder outgesourcete Wachschutzfirmen sich so etwas leisten. Zitat Ende. Das ist eine deutliche Warnung, wie ich finde. Meine Damen und Herren, unserer Meinung nach hätte die Misshandlung von Flüchtlingen in den Flüchtlingsunterbringungen durch die Landesregierung verhindert werden können. Es gab genug Hinweise, und ob die Polizei oder der Bürgermeister informiert war, vorher, das wird sich noch herausstellen. Der Bericht über die aktuelle Situation in den Einrichtungen aus dem letzten Innenausschuss am 18. September war schon erwähnt, den wir gestellt hatten. Ich muss das leider noch einmal betonen. Also vor genau zwei Wochen hatte Herr Jäger und seine Beamten den Auftrag, die aktuelle Situation aufzuarbeiten. Von den jetzt bekannt gewordenen Zuständen ist im Bericht und in den Erklärungen im Ausschuss aber kein Wort zu finden. Im Gegenteil, in der Sitzung und im Bericht wurde lediglich stark beschwichtigt, sämtliche Kritik vom Tisch gewischt. Nun ist es offensichtlich, dass die Opposition belogen wurde oder das Ministerium völlig ahnungslos war. Ich weiß nicht, was da schlimmer ist. Wir werden das auf jeden Fall aufklären müssen und dass die Kritik, dass das System der Aufnahme kollabiert sei, von Ihnen, Herr Jäger, in der Sitzung harsch zurückgewiesen wurde, ist umso krasser, weil damals sogar Busse mit Flüchtlingen unangemeldet und unversorgt nach Hessen in die dortige Aufnahme verschleppt wurden. Das haben wir damals angesprochen und ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll als kollabiert, ehrlich gesagt. Sie hätten spätestens da handeln müssen, Herr Jäger, das haben Sie nicht gemacht. Im Übrigen haben wir vor zwei Wochen ebenfalls vorgeschlagen, dass sich der Innenausschuss ein eigenes Bild von den Aufnahmeeinrichtungen macht. Das wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt, vor zwei Wochen. Wir müssen also festhalten, die Opposition war falsch oder gar nicht informiert. Die Landesregierung und Abgeordnete von SPD und Grüne beschwichtigen und beschönigen die Situation immer wieder. Ich finde das alles sehr bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass nach dem Zusammenbruch der Landesaufnahme in Dortmund vor anderthalb Jahren im Herbst 2012 eine Riesenprojektgruppe eingerichtet wurde. Im Mai diesen Jahres hat sie einen Projektbericht zur Unterbringung von Asylbewerbern in NRW-Einrichtungen vorgelegt. Im Bericht steht nichts über Sicherheitsüberprüfungen oder mehr Aufsicht und Kontrolle. Aber es wird angekündigt, Aufnahmeeinrichtungen stärker als bisher in privatwirtschaftliche Hände zu geben, um die Aufnahme effizienter und wirtschaftlicher zu organisieren. Die Projektgruppe selbst gibt dazu zu bedenken, dass der Bericht eine administrative Hand trägt und die Perspektive von Flüchtlingen unterbelichtet erscheint. Erscheint, was für ein Hohn. Wir erwarten, nein, wir verlangen, dass der Bericht komplett überarbeitet wird und mit Experten aus der Flüchtlingsarbeit überarbeitet wird. Die Projektgruppe hatte für den Bericht übrigens ein ganzes Jahr gebraucht. In der Zeit haben sich die Flüchtlingszahlen nahezu verdoppelt. Für eine Verbesserung des Systems ist aber nichts passiert. Man hat nur an dem Bericht gearbeitet. Ist das vorausschauende Politik? Ich denke nicht. Und nun ist die Landesregierung auch noch in einem Misshandlungsskandal in den Aufnahmeeinrichtungen verwickelt. Solche Dinge stellt man sich nicht mal in Albträumen vor. Die Vorfälle haben international für Schlagzeilen gesorgt. Burbach ist nun weltweit in einem Atemzug mit Guantanamo und Abu Ghraib genannt. So etwas haben auch wir uns niemals vorstellen können. Die Betroffenheit der Landesregierung ist aber durchaus glaubhaft. Doch wenn man darüber nachdenkt, sind diese Taten wirklich so unvorstellbar gewesen, dass niemand so etwas hätte erwarten können. In einem Land, in dem ständig über angebliche Belastungen geredet wird, die durch Flüchtlinge entstehen, wo Asylsuchende immer noch weitgehende Restriktionen ausgesetzt sind, wo einer großen Gruppe von Verfolgten per Beschluss pauschal der Flüchtlingsstatus aberkannt wird, in dem die Herkunftsländer wieder besseren Wissens als sicher erklärt werden, jetzt bräuchte es ein starkes Zeichen, damit dieser Makel der Fremdenfeindlichkeit nicht an uns haften bleibt. Aber eben noch präsentierte Herr Minister Jäger seinen untauglichen Sieben-Punkte-Plan. Keiner der Punkte ist funktional geeignet, die Lage für die Flüchtlinge zu verbessern. Es soll nun zukünftig den Betreibern untersagt werden, Subunternehmen für Security zu engagieren, Personal ohne Sachkundeprüfung und polizeiliches Führungszeugnis einzustellen. Eine obligatorische Sicherheitsprüfung durch Polizei sowie Verfassungsschutz soll nun erfolgen. Ich bin übrigens gespannt, auf welcher Rechtsgrundlage. Das soll der Plan sein. Wo bleibt das strukturelle Konzept? Ich komme zum Schluss. Denn unglaublich ist es, dass diese Prüfungen bisher nicht gemacht wurden. Gerade in diesem sensiblen Bereich hätte es niemals passieren dürfen, dass solche kriminellen Nazis oder Gewalttäter eingesetzt wurden. Frau Düker, Sie haben darüber bisher offensichtlich nicht nachgedacht. Das ist traurig. Da Sie zu einer Regierungspartei gehören, ist das sogar ein Skandal, wie ich finde. Und ob der Verfassungsschutz nun die geeignetste Stelle ist, Nazis auszusortieren, sei mal dahingestellt. Aber Herr Jäger, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Es ist einfach per se unglaublich und völlig inakzeptabel, dass es bisher so war und anscheinend weiter möglich sein soll, dass sich Wachleute neben der Essensaufgabe aufstellen, dass Wachleute in Uniform auf dem Gelände rumrennen und Menschen einschüchtern, dass Wachleute neben den Leitern oder Mitarbeitern der Betreiber stehen, während Flüchtlinge ihr Anliegen vorbringen. Die Menschen, die hier Schutz suchen, suchen diesen nicht einfach so. Sie haben meist traumatische Erfahrungen, gerade mit Personen in Uniform hinter sich. Diese Menschen brauchen kein Gefängnis. Dass man so etwas überhaupt diskutieren muss, macht mich einfach sprachlos. Herr Kollege, Sie kommen zum Schluss. Wir brauchen Einrichtungen, die Menschen auffangen und ihnen Versorgung garantieren. Das Gefühl der Schutzlosigkeit muss ihnen da auch genau genommen werden. Aber stattdessen haben Sie ein System der Abschreckung etabliert, wo es anscheinend normal ist, mit Zäunen und Wachleuten weit draußen Menschen, die nichts getan haben, einzusperren. Das ist einfach widerlich. Und dass Ihr Sieben-Punkte-Plan nichts daran ändern wird, potenziert die Schande ins Unermessliche. Herr Minister Jäger, wir fordern Sie auf, eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme im Land zu machen und wird bald wirklich wieder menschenwürdige Zustände in den Unterbringungen haben und das Wort Willkommenskultur nicht nur eine Prospektüberschrift bleibt. Vorschläge dazu haben wir bereits genug geliefert. Ein letztes Wort zu unserem Eilantrag. Alle Forderungen, die hier erhoben wurden, stehen hier drin. Ich erwarte Ihre Zustimmung dazu. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat sich zu Wort gemeldet Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gerade von meiner Fraktionskollegin aus Essen, Frau Britta Altenkamp, darüber informiert worden, dass erfreulicherweise, Herr Kufen, CDU und SPD jetzt gemeinsam in Essen eine solche Landesaufnahmeeinrichtung planen und auch politisch betreiben wollen und dass sich bei dem Zitat, das ich vorhin vorgeführt habe, um ein Älteres handelt, was nicht mehr der Aktualität entspricht. Dafür, Herr Kufen, herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank, Herr Jäger. Als nächster Redner spricht für die CDU-Fraktion Herr Fraktionsvorsitzender Laschet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man nach dieser Debatte irgendwie noch mal hätte beweisen wollen, was man für ein menschlicher Typ ist, dann waren das die letzten beiden Auftritte des Innenministers. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, in dieser Debatte, wo es um Ihr Versagen geht, einen Kollegen, der wie kein anderer engagiert ist, in Integrations- und Wichtigsfragen vor diesem Landtag so bloß zu stellen und dann mit einer läppischen Bemerkung sagen, nee, war doch nicht so. Er ist heute engagiert in dieser Frage. Sie haben sich zu entschuldigen, Herr Minister. Gehen Sie an dieses Volk! Applaus Das ist doch diese ganze Methodik dieses Menschen. Jetzt wird der Bürgermeister in Burbach dazu gebracht, gemeinsame Erklärungen gegen die Süddeutsche Zeitung abzugeben. Sie haben den gestern, Herr Staatssekretär, auch noch anberufen. Sagen Sie bloß nichts, das auf Organisationsversagen hinweist. Mein Gott, kümmern Sie sich um die Sicherheitsdienste und nicht um Leute, die sich engagieren und helfen wollen wie dieser Bürgermeister. Einschüchterung bedrohen, CDU beschimpfen, jetzt so tun, als wenn der Innenminister Ihre Ratschläge brauchte, der Bundesinnenminister. Die anderen 15 Innenminister in Deutschland machen das besser als Sie. Sie haben die nicht zu belehren. Applaus Wir stehen an der Spitze der Bewegung. Wir haben die besten Vorschriften in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Vorbild. Die anderen werden folgen. Ich als Vorsitzende der Innenministerkonferenz werde die jetzt dazu bringen, dass die mal so gut werden wie wir. Mein Gott, wenigstens an einem Tag mal einen Hauch dem Mund. Das ist doch eine Selbstkarikatur, was Sie machen. Das passt gar nicht zu diesem ernsten Teil. Aber dann machen Sie gestern, dann machen Sie gestern, das passt aber zu diesem Zustand, wie Sie handeln. Dann machen Sie die Pressekonferenzen. Ich war die Menschen vor Trickdieben. Mir passiert das nicht. Ich habe drei Sicherheitsleute um mich rum und in der Sekunde wird ihnen das Handy gestohlen. So eine Klappe und nichts tun. So eine Klappe. Applaus Immer die gleiche Methode. So einen Mund. Andere beschimpfen und nicht sich um das kümmern, was die Kernaufgabe eines Ministers ist. Applaus Und lassen Sie mich eine letzte persönliche Bemerkung an, Frau Kollegin Düker. Sie haben sich in Ihrer Rede 80, 90 Prozent mit der CDU beschäftigt. Sie haben nicht, wie Sie das an anderen Orten getan haben, zum Tagesordnungspunkt und zu diesen schrecklichen Vorgängen gesprochen. Der Innenminister hat mehr über Flüchtlinge und das Schreckliche gesprochen, als Sie das in Ihrer Rede gemacht haben. Und ich sage Ihnen eines zur AfD. Ich war mit der flüchtlingspolitischen Sprecherin der Grünen, Frau Amtsberg, bei Maybrit Illner. Da war der brandenburgische AfD-Vorsitzende. Wir haben gemeinsam den und seine Argumente entlarvt, ihn bloßgestellt. Und ich werde, im Gegensatz zu manchem in der CDU, an jedem Ort, wo ich kann, dieser Truppe, dieser europafeindlichen Truppe, dieser integrationsfeindlichen Truppe widersprechen. Und das lasse ich mir auch von Ihnen nicht verbieten. Vielen Dank, Herr Laschet. Noch eine Wortmeldung? Die Landesregierung, Herr Minister Jäger, hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Minister. Herr Laschet, Sie haben gerade davon gesprochen, dass mein Haus den Bürgermeister von Burbach einschüchtern würde und wir jetzt gegen die Süddeutsche Zeitung vorgehen würde. Herr Laschet, das haben Sie ausdrücklich bewusst oder unbewusst missverstanden. Wir haben mit dem Bürgermeister in Burbach in den letzten Wochen mehrfach gesprochen. Mein Staatssekretär, ich selbst beim Besuch einer Einrichtung in Bad Berdeburg, mein Staatssekretär hat noch am Freitag mit ihm telefoniert, ich mit ihm am Sonntag, weil mir oder uns wichtig war, dass wir bei allen Schwierigkeiten, die wir auch in der Unterbringung in Burbach und Bad Berdeburg, was die Zahlen angeht, haben, der Bürgermeister über alle Vorgänge und alle Maßnahmen, die wir ergreifen, informiert ist. Was aber der Bürgermeister zurückweist, ist Ihre Darstellung, nicht, wir gehen gegen die Süddeutsche vor, sondern Ihre Darstellung, die Sie dann möglicherweise Süddeutschen gestern entnommen haben, die aber längst überholt ist und in allen Medien nachlesbar ist, dass er in irgendeiner Weise einen Hinweis gegeben hätte auf Risiken, die von dieser Sicherheitsfirma ausgehen. Das weist er zurück. Das ist auch richtig so, weil er es nie getan hat. Das Zweite ist, Herr Kufen, wirklich mit Bedauern, ich möchte wirklich bei Ihnen entschuldigen, es ist so, dass offensichtlich, nein, erstens, ich keine Kenntnis davon hatte, dass CDU und SPD in Essen das jetzt gemeinsam machen. Da sage ich ausdrücklich, das ist sehr gut und dass hier ich offensichtlich auch falsch zitiert habe. Herr Kufen, dafür entschuldige ich mich. Für die Landwirte hat sich zu Wort gemeldet Frau Ministerpräsidentin Kraft. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich zu Wort gemeldet auf die Einlassung des Kollegen der FDP. Lieber Herr Fraktionsvorsitzender, wie Herr Kollege Laschet in seiner Rede ausgeführt hat, habe ich mich sehr früh, sehr deutlich zu diesen Vorgängen geäußert. Es mag Ihr Anspruch sein, dass ich dies auch im Landtag tue. Deshalb wiederhole ich das, was ich am Montagvormittag in meinem Statement gesagt habe, hier gerne noch einmal. Wir werden jedem einzelnen Verdacht nachgehen und natürlich wird strafrechtlich verfolgt, was bisher bekannt ist. Ich bin fassungslos, dass so etwas passieren kann und ich schäme mich dafür, was den Menschen dort geschehen ist. Angesichts dieses Flüchtlingszustroms sind wir nicht in der Lage gewesen, offensichtlich die Qualitätsstandards, die vorgegeben sind, einzuhalten. Wir haben auch angesichts dieses Drucks die Kontrollen nicht ausreichend durchgeführt. Das werden wir umgehend ändern. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass wir dafür die politische Verantwortung selbstverständlich tragen. Soweit zu Ihrer Einlassung. Herr Kollege Laschet, dass Sie gerade in Ihrer emotionalen Einlassung zum Schluss jetzt in diese Geschichte hineinmischen, wie ich heute auch lesen darf, das sogenannte Handy-Gate, was den Innenminister betrifft, da muss ich Ihnen sagen, das gibt mir die Gelegenheit dazu, hier in aller Deutlichkeit Stellung zu beziehen. Was ist geschehen? Der Kollege Innenminister hat eine Pressekonferenz gegeben. Das ist ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Presse und Politik. Auch ich lege Wert darauf, wenn ich Presse-Statements gebe, dass die mich umgebenden Sicherheitsbeamten nicht direkt neben mir stehen. Diese Menschen machen eine verdammt gute Arbeit und die lasse ich von niemandem in den Dreck ziehen. Um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Und bei aller Freude an Satire, dass jemand dort eingeführt wird in eine solche vertrauliche Situation, in ein Miteinander von Politik. Ich reagiere auf das, was der Kollege gesagt hat, und das muss ja auch möglich sein. Wenn Sie das nicht interessiert, können Sie gerne den Saal verlassen. Wenn jemand eingeführt wird, wenn jemand eingeführt wird in eine solche Pressekonferenz als scheinbar technischer Mitarbeiter eines Senders hier aus Nordrhein-Westfalen, dann verändert das das Vertrauensverhältnis zwischen Presse und Politik. Meine Sicherheitsbeamten haben große Sorgen, denn Sie wissen nicht, wie Sie in Zukunft mit solchen Situationen umgehen sollen. Und deshalb, lieber Herr Golland, Sie haben dazu ja gleich eine parlamentarische Anfrage gestellt. Auch das ist der Sicherheit in diesem Land und der Sicherheit der verantwortlichen Personen wirklich nicht dienlich. Das wollte ich nur sagen. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Es gibt eine Kurzintervention, Frau Ministerpräsidentin, von Herrn Dr. Paul, der sich dazu bitte eindrückt in das Mikrofon. Bitte schön, Herr Dr. Paul, eine Minute dreißig, Ihre Intervention. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerpräsident, Ihre Betroffenheit und das alles, das kommt rüber. Aber ich muss Ihnen in einem Punkt wirklich widersprechen. Es hat nichts mit den Zahlen zu tun. Es ist ein Systemfehler in der Organisation der Flüchtlingspolitik in Deutschland. Und wenn den hier vollmundigen Worten in dem Plenum, das richtet sich jetzt nicht nur an Sie, wirklich Taten folgen sollen, dann stimmen Sie einfach unserem Eilantrag zu. Wir meinen das ernst. Vielen Dank. Frau Ministerpräsident, bitte schön. Kollege Innenminister hat nicht nur Sofortmaßnahmen ergriffen, sondern wir werden uns mit Fragen dieser Systeme beschäftigen, wie er ausgeführt hat in seiner Berichterstattung. Auch beschäftigen wir uns gemeinsam mit den Flüchtlingsverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden und den kirchlichen Vertretern in diesem Land. Wenn es dort Verbesserungsbedarf gibt, dann werden wir das gemeinsam anpacken. Ich verschließe nicht die Augen vor solchen Erfahrungen, die uns dann geschildert werden. Das habe ich auch in der Vergangenheit nicht getan. Und deshalb freue ich mich darauf, dass wir gemeinsam versuchen, die Situation der Flüchtlinge in diesem Land weiter zu verbessern und das zu erreichen, was uns hoffentlich allen am Herzen liegt. Und davon bin ich auch nach dieser Debatte überzeugt. Nämlich, dass die Menschen, die hier Schutz suchen, in diesem Land Schutz und Sicherheit finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin Kraft. Wir sind am Ende der Debatte. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Bevor wir zur Abstimmung kommen, hat Herr Kollege Schulz von der Piratenfraktion gebeten, nach § 47 unserer Geschäftsordnung eine persönliche Erklärung abzugeben. Dies soll er hiermit tun. Es handelt sich um eine persönliche Erklärung zu einem Abstimmungsverhalten. Das regelt dieser Paragraf. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Und Sie wissen, Sie haben maximal drei Minuten, Herr Kollege. Ja, gut. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal. Unser Eilantrag greift vor dem, was Herr Minister Jäger eben erbeten und auch eingefordert hat, nämlich politische Unterstützung auch aus diesem Hause. Selbstverständlich ist die Opposition bereit und auch in der Lage, diese Unterstützungsleistungen mitzuliefern und vielleicht auch dem einen oder anderen Organisationsverschulden, was hier im Hause rollmütig heute teilweise eingeräumt wurde, unterstützend beizuspringen. Herr Kollege, Sie kommen zu Ihrer persönlichen Erklärung zu Ihrem Abstimmungsverhalten. Das ist die Erklärung bezogen auf den Antrag, Herr Präsident, bezogen auf den Eilantrag und zur Begründung meines Abstimmungsverhaltens. Ich kann das abstimmen. Selbstverständlich stimme ich persönlich diesem Eilantrag zu und werbe. Gute Worte. Was ist denn? Herr Kollege Schulz, gibt es eine irre Kassel? Herr Kollege Schulz, Sie haben damit erklärt, wie Sie sich persönlich zur Abstimmung verhalten. Damit würde ich sagen, können Sie jetzt das Rednerpult wieder freigeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Gut, also, das Pult ist bereits runtergefahren. Ich habe meine Erklärung dazu abgegeben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Eilantrag, Drucksache 6911. Über einen Eilantrag, wie Sie wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist direkt abzustimmen. Über den Inhalt des Antrags stimmen wir also ab. Die Fraktion der Piraten hat Einzelabstimmungen zu den Ziffern des Forderungskatalogs beantragt. Dieser Antrag liegt allen vor. Ich rufe also auf die Ziffer 1 des Forderungskatalogs. Wer stimmt dieser Ziffer 1 im Hohen Hause zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt gegen diese Ziffer 1? SPD, Grüne, CDU. Wer enthält sich? Bei Enthaltung der FDP mit großer Mehrheit ist diese Ziffer 1 abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über die Ziffer 2 des Forderungskatalogs. Wer stimmt dieser Ziffer zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt? Oh, ich muss ja einmal ganz nach rechts schwenken. Und die CDU-Fraktion. Dankeschön. Also, CDU-Piraten stimmen zu. Ziffer 2. Wer stimmt gegen die Ziffer 2? SPD und Grüne. Gibt es Enthaltungen im Hohen Haus? Wiederum bei Enthaltung der FDP ist die Ziffer 2 mit Mehrheit abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Inhalt des Eilandertrags als dritte Abstimmungsaktion. Wer stimmt dem Eilandertrag zu? CDU und Piratenfraktion. Wer stimmt gegen den Eilandertrag? SPD-Fraktion und Bündnis 90 die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Die FDP-Fraktion enthält sich. Damit ist der Eilandertrag mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt. Vielen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2.